Ich mach nochmal die Aufnahme für den Fall, dass ich's vielleicht, ähm... Er ist zu schnell! Wir schaffen das! Oh nein, der Turm! Ah. Äh, okay. Ah, dankeschön. Boah, ich hatte am Donnerstag echt. Ihr seid zu schnell für mich. Los, fangt uns doch, Zauberer. Hey, entspann dich. Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiter lernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Stimmt, das ist ja der Luca. Oder Lukas. Gebt acht, Zauberer. Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Ich hab Amicia und den... ...Ugo verlassen. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ha, hier. Sind das wirklich 60 FPS? Amicia! Sekunde! Das sind niemals 60 FPS. Also Sony... ...so nicht! Ich kann aber auch nichts, ne? Was ist das? Aberration. What the fuck? Alter, okay, grafisch ist das schon echt schön. Oder liegt's am 144-Hertz-Monitor. Ich muss mal gucken. Das sieht gut aus. Okay, das liegt am Monitor. Tut ihm nur gut. Der ruckelt bei 60 FPS. Ah, mit... Yo. Okay, also ich muss sagen... ...hübsches neues Haus. Das ist ne Burg. Na gut. Haben sie die... ...Lukas, der Heimtürkische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Ja, aber auch... Aber auch auf der PS5? Warte mal... Äh, on the PS5, the game runs at, äh, 30 FPS in 144 oder 40 FPS. You have a TV-Cable auf 120 Hertz Output. There's a no difference performance mode of the player has got this. Ernsthaft auf P. Alter. Das ist schwach. Also mindestens 60. Ich meine, komm, schauen. Die haben den... ...die haben die Stimmen so ein bisschen geändert. Ja. Wo muss ich... ...Mami ist ja die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. Ich stehe euch bei, mein König. Vier. Fünf. Schnell, schnell. Atmen nicht vergessen, mein König. Neun. Zehn. Was? Er kommt. Er kommt. Hä? Okay, einige sind nicht zufrieden damit. Ich verstehe. Ich, Lukas, der Heimtürkische, schwöre... Also ich meine, ich finde es ja schon schön, die beiden wiederzusehen. Aber die haben die Stimmen geändert, ne? Also ich fand den... Das ist eklig. Aha. Ihr seid gewinnt, aber ich werde euch trotzdem finden. Also die Stimme von Hugo hat mir beim ersten Mal besser gefallen. Auch von Lukas, finde ich. Ähm. Na, ich weiß nicht. Ich habe den ersten Teil gesehen, ich brauche das Intro nicht. Alter, 40 bis 30 FPS auf der PS5. Das ist... Ich gehöre zu den... Leuten, die enttäuscht sind. Ich habe doch viel getrunken. Es ist vorbei. Du bist zu böse. Kommt, verzweifelt nicht. Zu einfach. Gut. Ihr bekommt noch eine Chance. Ah, ich soll... Ah, okay, 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 okay. Wir müssen uns mehr bewegen, um nicht gesehen zu werden, mein König. Ja, wo steckt der denn jetzt? Okay. Einige sind unzufrieden. Ja. Kann ich auch absolut verstehen. Da hat man schon eine Next-Gen-Konsole, die SFPS Plus raushauen kann und dann sowas. Ja. Ich meine, bei Horizon Forbidden West haben sie es gut gemacht. Super. Du kannst entscheiden, willst du einen Performance-Modus mit 30 FPS haben und dafür richtig geile Grafik raushauen oder willst du lieber 60 FPS und dafür ein bisschen lower die Grafik. Ja, ist super. Aber keine Chance. Keine Möglichkeit. Ne. Also... Warte. Das müssten sie eigentlich hinten draufschreiben, dass die Leute gleich von vornherein das nicht kaufen. Asobo. Naja. Jetzt habe ich vergessen, wohin der ist. Ich bin eigentlich... Also, um ehrlich zu sein, von der Grafik bin ich echt begeistert. Seid ihr das König, Ugo? Ach, da bist du! Warum? Nein! Ihr habt meine Macht unterschätzt. Er ist zu stark. Ach, ich bin echt... Ich bin... Ja... Ach so, ich habe es ja auch schwer. Da muss ich mich ja anstrengen. Na gut. Mein schwarzes Herz brennt für den Kitzel der Jagd. Oh. Rennt! Rennt, ihr Narren! Dieses Mal zähle ich nur bis fünf. Na los, Amicia. Schnell, mein König. Warte mal. Ich glaube, ich bin einfach nur weit genug verstecken. Eins, zwei, drei, vier... Also, ich fand es ja ganz gut. Fünf, fünf... Ich komme! Er kommt hierher. Diesmal lasse ich keine Gnade walten. Mein letzter Funken herzgütig vergütet. Amicia, los, schnappen wir ihn. Ja. Ich kann Gedanken lesen. Ich weiß, dass König Ygo nachts Äpfel ist. Woher weiß er das? Gute Frage. Ah, okay. Verstehe. Ich bin echt schlecht in sowas. Nicht schlecht. Ja, ja. Lukas? Na ja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich finde die neuen Stimmen nicht so geil. Oder? Von dir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Okay. Ich bin mal gespannt, was so eine Gefahr... Also, so vom Gameplay her... Sehen wir uns die ganze Burg an. Ein bisschen mehr FPS wäre ein schöner, aber... Naja. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Ja, ich finde irgendwie, die Stimmen haben sich geändert, ne? Meine ich. Das Interessante ist, ich bin mal gespannt auf Bayonetta 3. Da habe ich mir ja auch freigenommen. Das habe ich mir für die Switch geholt. Und gibt es ja nur für die Switch. Und, ähm... Da gab es ja nur noch diesen Aufschrei von dieser Stimme. Also von der Synchronsprecherin. Die dann sagte so... Ja, er boykottiert das Spiel. Sie kriegt nicht genug Geld. Da denke ich mir so. Ganzhaft. Ich meine... Ich meine... Nachgetane Arbeit, nachdem nichts mehr... Nachdem man nichts mehr ändern kann. Rollt man rum. Ich meine... Ich mache ja auch nicht irgendwie ein Projekt. Und wenn das Projekt fertig ist, sage ich, ich mache das Projekt kaputt. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Mein schlimmster Tag in der Woche war gestern. Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Ich würde gerne wissen, wie viele Jahre das... Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Äh, okay. Aber wie? So. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Versenkt. Ja, mach weiter. Da sind noch mehr Schiffe. Ah, okay, 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 okay. Hier kann eine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Okay. Ja, das gefällt dem König. Sollen sie kommen. Ich zermalme sie. 4.000 Dollar für das ganze Spiel. Also ich habe da nur mitbekommen, dass es da rumholt. Ich denke mir so, ja. Hallo? Hallo. Ich kam vorbei und habe die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber... Wer bist du? Ja, wollte schon sagen. Ja, überhaupt noch 4.000 Dollar für das ganze Spiel. Danach kann man das... Ja, selbst schuld. Sorry, aber... Also... Ich sage es mal mal ehrlich. 5 mal 4... 5 mal 4.000. Ja, man kann es übertreiben, Junge. Er hat Arsch gesagt. Das ist ja mal... Was zum... Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Ja, naja. Auf jeden Fall hört sich das eigentlich gar nicht schlecht an. Naja. Ja, ich weiß nicht. Das war eigentlich ganz chillig der Tag. Mittwoch waren wir... Ich bin ja immer noch die... Ich bin ja noch nächste Woche. Es ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. Nächste Woche Freitag kommt Bayonetta schon. Stimmt. Und Tonor war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Hm. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Auf jeden Fall. Alles wird anders. Ich weiß es. Oh, Miesi, halte mal... Oh, ey, ey. Die beiden. Ach, echt? Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha! Du wachst es? Irgendwann schaffe ich das. Na, das auf jeden Fall. Hm. Aber was wollte ich sagen? Ja, Mittwoch waren wir mit den Kollegen essen. Das Schloss ist riesig. Und ja, ein paar Gin getrunken. War ganz chillig. Das Problem ist, mein Mitarbeiter hat sich mit meinem Manager ein bisschen verquatscht. Und ich war am Donnerstag um Viertel vor eins erst zu Hause. Und ja, musste halt natürlich am nächsten Tag, klar, nochmal zur Arbeit. War ja klar, ne? Und ja, morgens musste ich dann, ähm, ein paar Präsentationen vorbereiten bzw. assistieren. Und dann Sicherheitsbegehung. Und da war ich natürlich auch der technische Assistent aktuell. Ja. Also war... Ich hatte jetzt kein Kater oder so, weil ich besoffen war oder sonst was so. Aber ich hatte echt ein paar Stunden mehr Schlaf brauchen können. Oh, die Scherben des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Da passiert doch gleich wieder was. Es war so klar. Bist du verletzt? Nein. Aber ich will jetzt zurück. Ich bin am Überlegen. Gibt's das Spiel auch für Playstation 4? Ob die Playstation 4 Version auf der PS5 besser laufen würde? Die eingestürzte Decke. Das war ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Ja. Naja, ich will mich jetzt erstmal um das... Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe. Das sind Bienenstöcke. Oh nein. Aber warum... Sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg. Leise. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Na, keine Ahnung. Solange wir nicht... Gut. Solange wir nicht über Leichen gehen. Ich werde so ein bisschen... Ich finde das gerade so ein bisschen traurig. Ähm. Ich weiß nicht. Sagt Bescheid, wie ihr das Layout findet. Amicia. Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen. Zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elende Dieb! Ich schneide euch in Stöcke! No! Och nö. Komm zurück! Wir müssen raus! Die Tür! Oh! Nein! Nein! Komm! Wir sind hier! Och nein! Kann ich nicht einfach... Wir müssen einen Ausgang finden! Kann ich nicht einfach... Wir sind zu weit gegangen. Dieses Mal lassen wir euch nicht gehen! Was? Oh ja, ein paar Jahre mehr, dann passt du da auch nicht mehr durch, Amicia. Aber das wird schon knapp. Entschuldigung. Schnell! Ich komme nicht wieder! Ich schwöre es! Schnapp ihn! Heid! Überlass ihn mir! Ich flirr euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns mitflauternst! Oh! Nein! Mein Gott! Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen! Mein Junge! Und dein Mädchen sind entkommen! Habt ihr sie gesehen? Bleibe geduckt, um keine Geräusche zu verursachen und verstecke dich im hohen Gras. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Fuck! Wir müssen hier weg! Ja, schnell! Die sind verrückt! Holy moly! Sauerei! Ja, schlimm! Was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Hornig? Ihr seid tot! Fuck! Hüppi! Jetzt drüber! Los! Die werden uns töten! Nein! Weil sie uns nicht entdecken! Matthias! Komm! Wir haben Opa übel erwischt! Scheiße! Nein! Amisi! Das Haus! Gott gesehen! Sieht schlimm aus! Vater kommt bestimmt gleich vom Markt! Hier verstecken wir uns! Die finden uns! Wir müssen weiter! Das ist ein Blutbad! Gott! Hey! Vorsicht! Heu ihn hier nicht rum! Vielleicht sind auch welche von Ihnen in der Nähe! Hilf den anderen! Mir ist schlecht, Matthias! Ist mir scheißegal! Ich! Er geht nicht weg! Was ist? Komm zurück! Er hat zur Gast! Macht krach! Die kommen nicht mehr her! Das sag ich dir! Wir müssen sie passen! Was war das? Das war eine... Geh weg! Schnell jetzt! Halt dring Dinge! Fuck! Verdammt! Au! Aha! Willkommen zum Justin! Aua! Fuck! Ja! Erstmal mit der Steuerung wieder vertraut machen! Ich glaube, ich habe nicht wirklich... Ich bin hier einfach wegschleudern! Ich meine, die ist sehr laut! Ich weiß das! Das ist mir scheißegal! Ich... Er geht nicht weg! Ich wache schon! Der Werkzeugkasten macht krach! Die kommen nicht mehr her! Das sag ich dir! Wir müssen sie nicht alle töten! Du Spinner! Ganz ruhig! Ich wollte doch nur arbeiten! Ich muss hier schleuten! Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg! Schnell jetzt! Muss ich erstmal wieder an das... Spiel gewöhnen! Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier! Mama wird so sauer sein! Wir erzählen sie einfach nicht! Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind! Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten! Das ist alles deine Schuld! Wir werden da hochklettern müssen! Leise! Tonar! Bewegt deinen verdammten Arsch hier rüber! Sofort! Ich brügle die Scheiße aus dir raus! War das der kleine, mit dem wir gespielt haben? Hier lebt Tonar! Vielleicht ist er noch weg! Hoffentlich! Hoffentlich! So, wie komme ich da jetzt? Hier? Immerhin haben wir sie die hier im Verschiede! Halt! Warte! Fuck! Also ich meine, das verstehe... Das verstehe ich hier noch, aber... Ich meine... Oh nein, Wien! Oh nein, Wien! Wir müssen zu der Tür da! Ich muss ihn ablenken! Vorst, Tonner! Ich will ihn mir vorknöpfen, bevor Vater ihn erwischt! Der versteckt sich hier irgendwo! Genau wie vorhin! Ich bin jetzt aber ein bisschen stiller... Amicia, die Töpfe... Könnte klappen! Wenn ich den hinter ihn werfe! Was? Ich hab ne Angst! Pass bloß auf! Nein! Warum? Du hast dich doch schon rumgedreht! Amicia ist gestorben! Oh, diese Penner! Warum sind die denn so brutal? Was geht denn mit denen ab? Kann ich den nicht einfach killen? Ich meine, gut, das ist ein Kinder, aber... Der versteckt sich hier irgendwo! Amicia, die Töpfe! Könnte klappen! Wenn ich den hinter ihn werfe! Was? Ich hab ne Axt! Pass bloß auf! Jetzt lauf schnell! Heilige, schützt mich! Ja, genau! Kloppt Kinder Axt ins Kreuz! Aber... Wir haben schwer genommen, okay? Eigentlich... Was treibt ihr hier? Fuck, 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 fuck! Also, wir sind Ruhe! Nein! Oh, dieser Ratte! Also, ein bisschen Tutorial, Spaß, aber das Problem ist... Ja, das Spiel läuft auf 40 FPS, 30... Wir müssen zu der Tür da! Wir müssen zu der Tür da, ich muss ihn ablenken! Wo ist Tonner? Ich will ihn mir vorknöpfen, bevor Vater ihn erwischt! Amicia, die Töpfe! Könnte klappen! Er kommt schon irgendwann... Wenn ich den hinter ihn werfe! Was? Ich hab ne Axt! Pass bloß auf! Jetzt lauf schnell! Heilige, schützt mich! Ich habe schon Halluzinationen! Bitte sagt mir, dass es hier rausgeht! Ja! Woher wisst ihr das? Was zum Geier? Nein, abgeschlossen! Gibt's einen anderen Weg? Hier, das ist doch... Acht! Ah, okay! Ist das so... Ist das so vom Layout okay, oder? Aber es stimmt doch ein Kampf! Wo sind sie? Haben sie Tonner gefunden? Ich weiß nicht! Wir müssen hier raus! Sie dürfen ihm nicht wehtun! Er kommt schon klar! Wir müssen weg, Ugo! Sie töten uns, wenn sie uns kriegen! Aber... Vielleicht töten sie ihn auch! Sch! Still! Das Tor da hinten! Versuchen wir's! Ich will ihn auch rausnehmen! Ugo! Bleib hinter mir! Besser so? Ist doch egal! Wir gehen jetzt! Lasst den Jungen los! Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein! Wir sind grad angekommen! Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen! Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das! Und enttäuscht mich nicht verstanden? Aber der Junge... ...ist immerhin schon alt genug! Ihr seid selbst schuld! Du willst das nicht tun! Glaub mir! Du redest zu viel! Jugo, du bist ne tolle Hilfe! Jugo, aber... What the fuck? Oh nein! Waren das etwa Ratten? Ich hab gesagt... Schlechte Idee! Schlecht! Schlechte Idee! Ja, das kann wieder in 60 FPS laufen, ne? Oh Mann! Amicia? Warum soll der Vogel nicht angreifen? Ich finde die Synchro-Stimme von dem Ugo ein bisschen blöd. Irgendwie. Ich fand die erste besser, aber ich weiß halt auch nicht mehr, wie Jahre vergangen sind, ne? Das ist doch kein... Ich glaube, das bildet er sich ein. Ich kann aber nur laufen mit dem Ugo. Das ist doch kein Vogel, das ist ein Phönix. Aber hier sind die Kletterpassagen wenigstens besser markiert als bei Horizon Forbidden West. Auf jeden Fall den Trailer zu Horizon 4 habe ich noch nicht gesehen. Ob ich es mir holen werde, ist halt schwierig, weil dann habe ich es theoretisch dreimal. Einmal die HD-Version auf Steam. Ne, die Mutter haben wir noch gekriegt. Die Mutter konnten wir noch retten. Wurde zwar gefoltert und gefangen genommen, aber nicht getötet. Wäre eigentlich krass, wenn es jetzt so darauf laufen würde, dass wir jetzt Vögel rufen könnten. Und die Ratten unsere Feinde wären. Hör auf zu schreien und hilf mir! Hilf mir! Such sie! Hilf mir! Nein! Nicht das! Das sieht aus wie ein Pixelfehler. Der eine Schatten rechts. Lass mich in Ruhe! Hör auf zu schreien! Schreit doch keiner. Musik ist aber schon leicht unangenehm. Was willst du denn? Du bist so laut. Schon gut. Ich komm ja. So ist mir der Facecam so okay? Ich meinte, ich kann ihn noch ein bisschen größer machen. Aber nur ein bisschen. Wieso solltest du denn sterben, Boy? Ich will mir den Arsch nicht angucken. Schwarz Wasser, immer gesund. Es geht wieder weg. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. What the fuck? Ich muss irgendwas mit dem Mikrofon machen. Neues Audio Equipment. Oder ein Prozessor. Gut geschlafen? Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich... Ich war krank. Und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof. Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde. Deswegen... ...hab ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reiseübung. Wir sind alle erschöpft. Aber die Rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten. Ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut. Sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliegen. Ja gut. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Nugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Nee, Salz im Blut. Das kann schon okay. Das kann schon stimmen. Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Zu wenig Salz kann auch interessant sein. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lachen. Der Junge! Sie sind es! Komm her! Nein, warte! Amicia! Gut, halt den Karren auf! Lass sie mich denn wischen! Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Weiter. Bleib unten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Wow. Sie können jeden Moment auftauchen. Augen auf! Ein Riechen! Der Wagen. Sie brauchen dich. Ugo braucht dich. Gut. Sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht. Du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab! Zur Not rufen wir einen Priester! Nicht aufgeben! Ohne dich sind sie tot! Wir kommen eigentlich schon gut klar, Messia. Du bist jetzt hier nicht die... Heldin der Welt. Aber... Ja gut, es kommt immer drauf an. Zu der Zeit war Salz halt auch immer noch ein Luxusgut. Dementsprechend... Ja... Weiß ich nicht. Muss ich da hoch? Ne, von da kam ich. Weiß ich jetzt nicht einfach wegrennen? Da unten. Ja. Ja, war doch schon... Was zur Hölle? Du hast meinen Sohn... Jetzt guck doch nicht da so lange hin! Nein, nein! Renn doch einfach! Das Haus! Also bei aller Liebe so schnell brennen Felder nicht. Auch in der Dürre. Autsch. Ja, vollidiot. Wenn jemanden töten willst, tu es einfach. Sprech nicht darüber. Ihr habt doch alles in Brand gesteckt. Zurück! Da! Jo! Ah! Alter! Ah! Ah! Kann sie übertreiben! Mist, Gerle! Ihr musstet ja wiedergucken! Da! Ah! Das habt ihr jetzt davon! Oh, die Musik ist geil! Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü! Aua! Der Luftzug hat echt gezwackt. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Das muss aber eine stabile Schleuder sein. Aua! Kann ich euch einfach so einen Schleichtangriff machen oder so? Au! Ja, mit dem Speer! Alter, war das gemein. Warum muss ich das immer... Warum muss ich immer auf euch Ficker hören? Mord mit auf Schwer! Wir wollen nicht auch mal sterben sehen! Alles nur ein Spaß! Ich hab euch lieb! Ich hab doch einfach... Oh, schnappen wir sie uns. Was zum... Oh. Kann Ugo nicht einfach mit der Makula tausend Ratten holen? Die machen kurz im Prozess. Also ist der Tagshüber. Ja, natürlich. Sofort in der Todesanimation. Ey. Woher kam der? Da stand niemand. Was zum... Ja. Hahaha. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha, ha ha! Soä! Kuh! Ja, ich weiß, dass hier was kommt. Da drüben seid ihr, da drüben, auf sie. Ich habe gesehen, wie sie ins Hohlgras gesprungen sind. Helfen wir dir hier zu schnappen. Iiiiih, wie viele noch? Ich glaube, Kämpfen ist scheiße. Ja, Doppel-K.O. Fick dich doch, ey. Warum höre ich denn auf diesen Ficker? Wir kommen so langsam weiter. Ich habe doch auf Kontern gedrückt. Es ist unglaublich. Wozu gibt es denn Kontern, wenn die Gegner schneller sind, als du kontern kannst? Was ist getroffen? Was ist getroffen? Och, nee. Mach es mal auf, Justin. Findest du das geil? Spitz schon ab? Auf, komm schon. Moment. Ich sehe sie. Hier lang. Ja. Hier zu schnappen. Ich glaube, sie sind im Gas. Töte sie. Nein, du in den Schrank. Ich hab sie. Hier lang. Oh, zum Teufel. Witzig. Ja. Gut, wenn der Justin nicht mehr antwortet, können wir es ja auf Normal stellen. Hey. Es gibt uns kommen hier immer mehr. Oh, leck mich doch am Eiersack. So, ich will erst mal gucken, wer da... Welche Schwierigkeit... Äh, natürlich... Ah. Also es ist nur ein Arschloch hier. Kann ich nicht mit nem One-Header killen? Ach. Ich probier's einfach mal. Ja, ha, 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 ha. Wehe, der Wichser ist afkar. Natürlich ist er afkar, der sagt nichts. Ja, wo ist denn der E-Mail ist schwer oben? Äh, äh. Auf. Wenn's wenigstens die begrenzte Anzahl wär? Dann müssen wir's anders machen. Äh, 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 so. Ich weiß, dass jeder drüben ist. Leck mir doch die Frutzen rund. Dieser verfügte Wall-Förster-Ficker. Ah. Ah. Warum lasst mich immer dazu überreden, um es schwer zu machen? Ja, zuerst Spaß. Das war knapp. Alter Schwede. Soll ich das wirklich in schwer durchspielen? Ja, die Verantwortlichen sind natürlich still. Alles gut. Alter Schwede. Hier greift uns sicher keiner an, Ugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Senior. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Senior? Dem Senior ist nichts zu sch- Schwören? Magister Boudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus. Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Chateau d'Ombrage. Ja. Toll, dass Sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Es ist halt interessant, dass sie ohne die Amicia so gut wie nichts hinkriegen. Mir gefällt hier alles. Mir gefällt immer alles. Es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Jahre die schon unterwegs sind. Was machen wir zuerst? Na ja, was willst du denn sehen? Alles. Dann los. Hallo, Schweinchen. Gebratenes Fleisch. Kommt und probiert. Lecker. Das riecht so gut. Hey, na komm. Probier ein Stückchen. Nur zu. Oh. Lecker. Schmeckt's? Ja. Aber das ist kein Schweinchen, oder? Ähm. Na los. Schauen wir uns weiter um. Ja. Schmied. Werkzeug. Schmiedin sogar. Aha. Solange man sein Handwerk gut beherrscht. Jetzt hab ich Hunger. Gehen wir lieber, bevor du mehr willst. Ja, genau das hat... Das ist doch meistens bei Probierproben so. Er macht uns keinen Stress. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, so ein... Herr gehört! Herr gehört! Graf Viktor von Aal heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen! Ich fühl mich jetzt so richtig angeschissen. Er macht Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Der Hund wollte raus. Ich bin wieder da. Und findet euch der langersehnte Rindermarkt-Stadt! Kommt alle zur Auktion! Ich bin mir so lang... So leicht angeschissen vom Justin. Wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt! Ich bin da eben so tausendmal gestorben, weil er es unbedingt auf Schwer haben wollte. Ich geh jetzt einfach mal weg. Es war meine Verantwortung, dass er mich hier ganz am Beleidigt und ich find das geil. Aber ich geh dann einfach mal weg. Genauso spricht der Justin im Real Life. Ich bin eben bei der Schleichpassage 30.000 Mal gestorben, weil ihr unbedingt aufs Schwer haben wolltet. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Und die, die es wollten... Äh, geh einfach mal weg! Äh, einfach mal weg! Ich will jetzt doch einfach nur weiterspielen. Ja, beim Armdrücken machen wir die alle platt. Deswegen messen wir uns nicht mehr. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. Das erinnert mich so an. Ich hab mich oft drin versteckt. Die Wundermedizin für Unsterblichkeit. Nicht sterben. Äh, äh, äh. Stell dir vor, was für Kleine man damit machen kann. Wunderschöne Kräuter. Selben. Lutschkräuter sind Bonbons. Oh, Ringelblumen. Priemeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Was? Deine Lieblings-Hot-Dob-Streamerin mit von ihrem... Ja, genau. Ich hab's auf Facebook mal gelesen. Heute Morgen gefangen. Ähm. Kommt! Spielt kostenlos! Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel! Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch? Ist sie auch? Ist sie auch? Ich hab's gelesen. Ich hab's bei PlayCentral gelesen. Äh, Streamerin und Pornodarstellerin. Also gut. Wie geht das Spiel? Bei der Twitch konnte den Rücken. Gut, ich mein, ich kenn die Hintergrund-Story. Ich hab da mal ein bisschen weiter reingeguckt. Es war Lenovo und Twitch bekannt, dass das Schaumstoffbecken nach mehreren Verletzungen... Kinderspiel! Los! Ähm. Wie heißt's? Zu schlecht, ähm... ...gefüllt waren, dementsprechend, ja. Du bist toll! Was? Das war knapp. Also dementsprechend, das war legit. Aber Amoran wird von ihrem Mann dazu gezwungen. Komm schon, wer glaubt denn sowas? Macht ein bisschen noch Vollsuse und der Käse war gegessen. Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser! Und das ganz ohne Schleuder! Wir müssen langsam los! Danke! Wiedersehen! Neue Erinnerung! Die beste Spielerin! Ja, genau. Die hab voll verkackt, aber okay. Dass sie das gezwungen wurde? Ich weiß nicht, ob das ein Schauspiel war oder ob das wirklich war. Dementsprechend, ähm... Bin ich ein bisschen vorsichtig. Vor allem, wenn man halt damit Geld macht. Oder halt, äh... Was generiert. Wie macht er das bloß? Na, seine Eltern müssen wach sein. Ein Drachenmann. Genau. Deswegen bin ich ja ein bisschen vorsichtig. Bestimmt. Er ist ja auch heimtückisch. Also, ja. Auf der anderen Seite, es interessiert mich auch gar nicht. Ich hab's weder gesehen, noch guck ich mir die Alde an. Immer wenn ich reingucke, sehe ich nur blanken Arsch. Und Twitch denkt so, ja, ist okay. Abgründe tun sich auf. Hey, weißt du was? Ich trag dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Hüp. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Das ist richtiges Twitch. Mittelalter-Twitch. Klasse. Ja, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt so ein bisschen hin und her laufen. Also, ich bin da vorsichtig, was das angeht. Aber es interessiert mich auch null. Aber um blanke Ärsche geht's hier jetzt nicht. Hier geht's um Okunamisia. Und ja. So, junger Mann. Sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Ja. Ja, wir müssen weiter. Ich würde gerne noch bleiben. Ich muss den... Kann ich den nicht absetzen? Boah, wenn der jetzt Durchfall hätte, dann würde sie aber eiskalt in den Rücken runterlaufen. Sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Ja. Das wirst du auch. Hör zu. Ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja. Ich will endlich das Haus sehen. Wie groß es wohl ist. Ich meine, wir können sie auf Englisch... Wir können sie... Wir können sie auf Englisch spielen und... Eigentlich mag ich es schon auf der deutschen Synchro. Die Stimmen haben sich im ersten Teil verändert. Also im ersten Teil war es ziemlich geil. Im zweiten... Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Jahre vergangen sind. Ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Weil dann könnte ich wenigstens erklären, warum die Stimmen sich verändert haben. Läuft das auf PC besser? Ich frage mich auch wirklich, ob die PS4-Version auf der PS5 besser laufen würde. Ist ja bei vielen... Ist ja bei vielen PS4-Spielen so. Dementsprechend... Ja, ist okay. Ich hab die Facecam mal ein bisschen größer gemacht. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlimm. Ja, definiere gute Leistung. Also ich glaube nicht... Ernsthaft? Ich musste... Ich musste Dreieck drücken mit... Ja? Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an? Hm... Hm... Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter! Wo ist Ugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke! Na komm, schlaf mit. Ich würde ja schon irgendwie... Das Schöne ist, ähm... Bei PC kannst du wenigstens die Leistung einstellen. Du kannst sagen, okay, ich will mir FPS raushauen, wenn ich... Bisschen... Wohin? Warte mal. Wollen wir mal was gucken? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Habe ich für Plagtail bezahlt. Die 5, 4, 6, 9, 0k. Okay, das kriege ich hin. Das habe ich auch. 16 GB RAM. Du grübelst zu viel. Hier Gigabyte 970? Manchmal sollte man über deinen Gefühlen vertrauen. Für 30 FPS in 1080 oder low. Für 60 FPS in 1080. Doch verfolgen natürlichen Gesetze. Brauchst du 8700K? Okay. Und eine 30, 70. Vielleicht... Wow. Bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Empfohlen ist schon echt übel. Bin mal gespannt, ob die bald einen Patch-Shop hier rausrucken. Weil ich meine, komm schon. Nicht mal 60 FPS auf PS5. Ich will gar nicht wissen, wie es dann auf PS4 laufen würde. 15, 15 FPS. Ich erinnere mich an Ghost of Tsushima. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Ihr hatte auch, ähm... Gefecht, glaube ich. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Ah, zwei Monate. Okay. Suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Wodan. Findet ihn bitte. Er soll kommen und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Lieber dabei haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht dabei haben. Das ist wie, äh, ja, Waffen und Kondome. Was haben sie gemeinsam? Es ist besser, eine geladene Waffe wieder heimzunehmen. Ich hätte niemals... Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Wodan ihm wirklich helfen? Der Ordner erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Warum ist Wodan noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Ich nehme an, ich lasse das Spiel jetzt erstmal ein paar Monate draußen. Und dann gucke ich mal nach, wie der Grafikunterschied zwischen PS5 und PS4 ist. Und... Guck mal. Aber ich nehme an, die werden das irgendwann updaten. Ich glaube nicht, dass sie das auf 30 bis 40 FPS belassen auf der 5er. Das Interessante ist, das PS5-Bundle, wenn du es kriegst, gibt es jetzt für 575 Euro und ich habe 600 bezahlt. Also... Also 675, also knapp 700 habe ich hier geblättert. Ich habe auch die 3060 kaum benutzt. Bis auf Ranch Simulator spiele ich kaum Spiele, die meine alte 1060 nicht gepackt hätte. Und der Kai kann jetzt eine neue Grafikkarte brauchen. Naja, mal gucken, was ich am Monatsende so ein bisschen entbehren kann von den Guten. Ein bisschen was kann er kriegen. Hier war der Schießstand. Ich weiß, wo der ist. Die Floristin, die war hier. Und ja, ich habe mir God of War Ragnarok vorbestellt, die Steelcase Edition. Aber ich weiß nicht, was da genau dabei ist. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel... Danke für die Hilfe. Ein Schlüsselbund ist dabei. Und noch irgendwas. Aber ich konnte es nicht vorbezahlen. Der braunen Tunika. Kann ich irgendwo sehen? Ah, ja. Finde den Mann der Blumenhändlerin. Der hatte eine braune Tunika, ne? Ja, es ist beim Livestream immer ein bisschen schwierig. Es ist einfacher, Gesprächsthemen zu finden. Aber ich will auch... Wenn mich die Geschichte zu sehr packt... Dann kommentiere ich kaum noch. Und das... Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Wir finden dem... Also grafisch ist das natürlich eine Augenweide hier gerade. Das ist natürlich nicht von der Hand zu lesen. Bin mit den FPS noch nicht so zufrieden. Finde ich ein bisschen schade. Mh, schön durch die Pferdekacke. Verzeihung, ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mach hier gerade sauber. Es geht nicht um sie. Wir suchen Monsieur Vaudan. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hört zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. In der Arena. Das Arena-Viertel. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft. Das spüre ich. Ja, deshalb lasse ich die Kinder lieber im Haus. Ja, während du natürlich bei schönem Wetter draußen bist und die Kinder müssen im Haus bleiben. Ist klar. Lass mich raten. Armen-Viertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich? Gut möglich. Hallo, Gans. Ja, ganz genau. Aber ist das wirklich das Arena-Viertel? Amicia. Das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut. Komm. Wir gehen um die Arena herum. Mh, mh. Guck mal, da steht zwei Justins. Zeit uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal an. Mh. Ich sehe da eigentlich nur Steaks grasen. Da ist deine Tür. Ja. Der Eingang ist natürlich nicht bewacht, ne? Interessiert auch keinen. Da bist du selbst dran schulden, wegen Justin. Wegen dir spiele ich das Spiel auf schwer und bin eine Milliarde Mal gestorben. Also. Bereit, das Gesetz zu brechen. Und wegen Hund will raus. Wahrscheinlich ein Ge... Wahrscheinlich geschrubbt. Oh ja. Der Graf, der ist jetzt fünf Mal gestorben. Fett, 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 fett. Sei einfach besser. Man kann den Chat nicht einblenden. Das ist lustig. Ich finde es geil, wenn man das so separieren könnte. Sodass man sagen kann, okay, ich nehme auf mit Chat. Aber im Stream zeige ich den Chat nicht. Also hier ist wieder die Pest am Laufen. Und fassbar, dass man sich hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem armen Viertel sein. So ein Gamer oder ein Noob. Mach's besser. Er kümmert wohl niemanden. Mag sein. Mach den Chat halt per Browser-Source über sowas wie Stream... Ja, ich weiß nicht. Ich muss den transparent anzeigen lassen. Nachricht geht weg nach vier Minuten. Ähm. Ich benutze noch kein Streamlabs. Ich nehme nur das normale OBS. Ähm. Wenn du willst, können wir nach dem Stream oder an einem anderen Tag mal gerne darüber sprechen. Weil ich habe da noch keine Erfahrung. Und eigentlich wäre das schon geil. Wenn Vodan hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas. Falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Also Browser ist okay. Okay, 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 okay. Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Okay, die Steuerung ist ein bisschen... Mäh. Okay. Bitte, nicht. Bitte, lass mich. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nehm ich mal mit. Ich fand die Stimme von Lukas am Anfang besser. Und ja, das ist der Junge, der Mediziner werden will. Werden will. Werden will. Ein Arzt. Nein, dieser Wurter weiß, wie man sich versteckt. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Vodan. Sie denken, er wäre Arzt. Na, klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Die sind ja ärmer als wir. Nicht eine Münze. Dann hör auf zu plündern und such den verdammten Archivisten. Irgendwer findet ihn schon. Hu 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 hu. Wie kann ich den da jetzt weglocken, die Drecksau? Okay, dann war es mit dem Crush of Ass. Weißt du Bescheid. Vielleicht hat der einen an der Klatsche. Ja, keine Ahnung. Wer weiß. Der Helm muss ja ein bisschen... Ähm... Das ist mein Scheißhaus. Oh nein. Ich hab keinen Hunger mehr. Ja. Da oben. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Bäh. Da ist so ein... Ding auf Rädern, aber... Es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Bäh. Sag bloß... Bäh. Auf jeden Fall Pilzrahm-Soße. Mh. Mh. Ich krieg jetzt wirklich Hunger. Bäh. Ich kann aber nicht... Ja, wahrscheinlich aus den Pilzen. Boah, komm schon. Ernsthaft. Oh nein. Oh nein. Bäh. Igh. 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 Lass'n' Schaufensterpuppen. Das ist wahrscheinlich der Biomüllabfall von einem Vampir. Oh, ich muss pinkeln. Sieh mal. Ich glaub, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Ach, steckt fest. Komm schon. Wie ist es mit Hebelwirkung? Links, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und dann hast'n Messer. Erstmal im Arsch verstecken. Ist immer gut. Bitte. Nicht mit dem Messer töten. Ich. Damit kratzt sie sich am Bobbis. Aber keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Musst du wissen. Das mach ich auch immer. Ich kauf mir immer ein großes Brotmesser und kratz mir damit am Arsch. Na gut. Ich hab jetzt noch kein Klopapier gesehen. Also. Wer weiß. Aber dass das nur auf 30 bis 40 FPS läuft, ist schon echt. Das triggert mich schon so übel. Noch nicht. Naja. Gehen wir. Und ziehen die Vorrede aus. Ihnen alles nett, was wir finden können. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey. Kane. Jemand Lust auf gewartenen Vogel? Bäh. Was ist da oben? Wo? Du hast ne Leiche abgeknallt, du Idiot. Von wegen. Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen hab. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arno erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. Verwicht den Bastard? Natürlich nicht. Wir suchen nachher mal hier Misten und finden stattdessen einen Massengrab. Aber alles gut. Moment. Was? Aber um Eindringlinge. Sie haben uns. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Fuck. Oh, schon wieder sowas. Oh, schon wieder sowas. Komm schon, der Bunkenschütz ist tot. Die können uns mal. Nein. Woher? Ja, der Justin, der es ja unbedingt wollte, war ja nicht da. Zwei. Ja, mach mal eine Null dazu. Okay, wenigstens. Ist das Messer jetzt dauerhaft oder ist es so ein... Wir sind Eindringlinge. Fuck. Nein. Alter. Voll ins Kreuz. Ich weiß nicht, ob das so ein Einmalding ist. Ich glaube, das war ja bei... Dingsbumm ist auch der Fall. Fuck. Wir sind Eindringlinge. Stopp sie euch. Oh nein. Vorsicht. Ich weiß, was ich... Oh nein. Ah ne, ich kann das Messer nur einmal benutzen. Fuck. Ja. Dann müssen wir uns irgendwie durchschleichen. Ja. Wer wollte es nochmal, dass ich aufs Schwer spiele? Hä? Wer wollte es nochmal? Aha. Aha. Da haben wir den Lümmel. Nein, das wolltest nur du. Wie soll man das denn schaffen? Oh, du kannst auch nicht mal vorbeirennen oder so, sondern direkt. Range von zwei Metern, direkt tot. Alter, wer hat sich das ausgedacht? Warte mal, kann ich irgendwie... Ich muss einen anderen Weg suchen. Was war das? Oh nein. Gerade so. Gerade so. Warum kann ich... Kann ich ihn nicht killen? Achso, die haben so ein... Ich hab doch... Ey, warum kann ich den nicht besiegen? Ach, Mann. Warum kann ich keine Nahkampfangriffe machen? Halt dein Maul. Musst du unbedingt auf die Schwer machen? Weil das ist langweilig. Lieber lange und kein Fortschritt. Der müsste doch jetzt eigentlich abgelenkt werden. Ja, genau. Oh, leck mich doch. So das Gefühl des Zielen ist mir der PS5 nicht so geil. Irgendwie ein bisschen weird, oder? Das liegt am Schwierigkeitsgrad. Oder ich hab ein bisschen nachgelassen. Das will ich jetzt auch nicht... verneinen. Ich probier's mal hier unten lang. Wo der mich nicht so sieht. Jep. Bin ich hier richtig? Das wäre jetzt die nächste Frage. Aber... Ich glaube, es lief ganz gut. Nennen wir mal mit. Muss ich die irgendwie killen? Ich meine, die können dich platt machen. Ich hab was gehört. Was zur Hölle? Was war das? Nicht gut. Nichts zu sehen. Ich hab's gar nicht mehr. Psss, 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 psss. Ja, geschafft. Stimmt. Aber ich hab genug von den diepen, mördern, Söldnern, dem ganzen Pakt, das ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben. Jetzt, lauf doch weiter! Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Hast du ziemlich unauffällig gelöst. Tja. Eine Vorgehensweise beeinflusst rück... Was? Aha. Also ein bisschen Skyrim-mäßig. Okay, ich verstehe. Codex. Beste Spielerin. Okay. Na, beste Spielerin. Haha. Das ist mein Furz. Achso. Natürlich sind alle erkrankt. Daran... Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Äh, okay. Tja, scheiße gelaufen. Also wer abnehmen will... Das Haus ist bestimmt... Bestimmte Dokumentation. Gehe ich dir jetzt am besten überhaupt lang. Da lebt noch jemand. Gerade so, hä? Madame. Oh. Oh. Du bist es. Ich bin nicht Alice. Versprich mir... Dass du auf dich aufpasst. Ja, ist doch gut. Ich muss mir die alle jetzt nicht beim... Gut gemacht. Überhaupt nicht gut. Komm. Gut gemacht. Können wir es aufhalten? Du meinst den Biss? Das ist nicht die Mutter. Die war einfach nur am Halluzinieren. Ich habe die Frage, ist... Wird das die Ratten aufhalten? Das weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine gesehen. Wenn sie hier sind... Sie verstecken sich vor der Sonne. Und warten. Muss mich raten, dass wir den Ratten... Boah, die... Ich wette mit dir, wenn die Ratten aufbauen, wird das droppen. Werden die FBS so droppen. Beim Saufen... Nee, er hat versucht Medizin zu machen. Also Angriff habe ich jetzt nicht so viel Raffi... Was ist Raffinesse? Okay. Die Mama lebt ja noch. Oh Gott! Eine ganze Stadt! Das Symbol! Er ist im Turm! Er muss dort sein! Ach ja? Lukas, es wird nicht leicht, dort hinzukommen! Es ist der Orden! Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin! Das kracht doch ein. Das sieht doch schon so aus. Wenn da der jetzt runterspringt, macht es Krach. Aha! Wie aus Zauberhand natürlich. Hm. Hm. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch! Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Okay, sie bleibt stabil. Was ist das? Sie sind hier! Nicht die Fackel fallen lassen! Solange ihr sie habt, werden sie euch nichts tun! Was wollen die von mir? Kommt zu uns rüber! Wir müssen wieder nach oben gehen! Die Sonne wird uns beschützen! Ganz ruhig! Im Licht seid ihr sicher! Alles klar! Woher tauchen wir die Gefäßung? Da kommen mehr! Sehr viel mehr! Lauf weiter! Es sind zu viele! Nicht still bleiben! Beachtet sie nicht! Lauf weiter! Ja! Die haben der schon das! Also die Ratten haben sie Action-Reiche! Ich hab doch gesagt, sie sind hier! Das sind ja Millionen! Aber wie können es schon so viele sein? Hugo! Sie sind wegen ihm hier! Ja! Das sollte reichen! Sie nur! Sie klettern! Was? Wie? Das ist übel! Wir müssen zum Turm... Wenn das nicht verbrennen! Und hier verschwinden! Meine Sachen! Ich hab sie beim Sturz verloren! Muss auch ohne gehen! Ja! What the fuck? Bitte lass die Fackel nicht fallen! Wir können diese Wand hochklettern! Aber ich brauch freie Hände! Muss sein! Ja, das ging ja! Oh nein! Drecksmecher! Was machen wir? Nehmen wir einen Stock! Der brennt schnell ab! Wir wählen den direkten Weg! Ja, sehr direkt bitte! Hm! Lukas! Wenn die Nacht anbricht... Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten! So, erstmal gucken, wo geht's denn überhaupt lang? Ich glaube, das wird knapp da hinten. Ich kann aber nicht rennen. Oh, das war knapp. Ich will der Amicia jetzt nicht sterben lassen, weil ich mag die ja eigentlich. Also generell hier. Ich muss zurück. Oh, irgendwie... Ei, ei, ei. Das ist übel. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Alter, diese leuchtenden Augen, das ist schon... Also ich meine, ich finde es okay, dass die Ratten wieder da sind. Das hat dem Spiel so ein bisschen Würze verliehen. Es war so klar. Bestens. Also, ich will das probieren. Fuck, ich dachte, ich könnte irgendwie... Hoffentlich klappt das. Ja gut, das sind ja besondere Ratten. Gut, sollte reichen. Erledigt! Danke, ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. So, und nu? Wann? Seh nicht. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Alter Schwede. Also für die Zuschauer, wir spielen auf der PS5. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Das bedeutet, ich habe keinen Einfluss auf die FPS. Ich kann es kaum erwarten, Magister Boudon's Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Und jetzt ein paar Karen Zies. Ich muss noch mal ganz kurz auf die Chance eine schifte. So, ihr Lümmel und Lümmelinnen, ich bin wieder da. Er schmeißt den Feuerstock weg, ohne, ja, keine Ahnung. Das hat doch geklappt, so, alles gut. So, jetzt mal ein bisschen was zu Naschen holen. Ich meine, komm schon, es ist Freitag. Können wir mal machen. So, ja. Mach dir mal lieber Sorgen um sein eigenes Höschen. Noch warm, sagt er. Was hast du gemacht? Machst du Witze? Sieht dabei selbst die Treppe. Ja, ich mach Witze. Lass mich raten, die kommen da unten wieder raus. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Verplugged Helix, du Resident Evil. Herrlich. Ich finde es aber gut, dass sie ihr, ähm, ihre Rüstung nicht geändert haben. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Schwefel. Hö. 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 Ich brauche dich hier. Klar. Ernsthaft? Ich muss im Kreis drehen? Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Na gut. Die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Eben auf dem Fest, weißt du? Kein Alkohol gefunden. Natürlich nicht. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie... Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Nicht fallen. Alkohol ist... Ach, die Ratten wollen nur spielen. Mit Salz hat man konserviert und nicht mit Alkohol. Also... Mindestens nicht Fleisch. Und weiter. Das werden sie mögen. Och nein. Ekelhaft. Gut. Wir müssen erst diese Ratten loswerden. Sieht sicher aus. Gut. Dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Hm. Hm. Haben die Ratten zu sich geholt? Oma, natürlich für die Action. Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Na dann. Hallo. Runter. Danke. Die müssen doch auch irgendwann mal fertig sein. Echt? Hatte ich schon vergessen. Sieh mir im anderen Raum nach. Dafür, dass Igni von uns beim letzten Mal so krass und so häufig der Arsch... Schwefel, oder? Ja. Auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Und dafür, dass der uns so extrem viel geholfen hat. Da ist ein Aufzug. Geht's dir gut? Er bleibt... Ja. Selten so ein Spaß gehabt. Ah, gutes Bizeps-Training. Warum? 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 Oh, ja. Ja. Ich muss ja den... Ach, ja. Weißes... So, drücken. Und jetzt gedrückt halten. Okay. Okay. Kannst aber auch generell gedrückt lassen. Nur, das verwirrt das Delay ein bisschen. Kann ich dir nicht losschicken? Äh... Lukas, das übernimmst du kannst aufhören. Sofort. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Was zum... Klar. Schafft er das? Anstelle, dass er da rüber geht, weißt du. Bereit. Wir verschwenden Zeit. Ja, ich weiß. Was zum Geier. Soll das da wirklich hin? Was zum... Oh, diese Steuerung, ne? Warte mal. Ich glaube, das muss da schon hin. Das muss da nur richtig hin. Nee. Was zum... Man kann's auch irgendwie... Aber bin ich zu blöd? Vor allem, was soll das? Ah, jetzt, jetzt, jetzt hab ich's. Oh, dieses Vorwärts-Rückwärts-Gerolle, ey. Okay. Okay. Ich hab's. So. Lass es bleiben. Es ist irgendwie... Es ist weird. Also, da haben sie... Also, da haben sie... Also, da haben sie... Also, du bist... Ich hab keine Ahnung, was du mit Crush meinst. Bin dafür zu alt, Justin. Aber die Stimme passt nicht zu dem. Dafür, dass es nur ein paar Monate sind. Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja. Das ist eine gute Nachricht. Autsch. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Ruch. Alles klar. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Das kann ich auch. Wenn ich Alkohol trinke und einen Furz fahren lasse, dann möchte ich auch Schwefel mit Alkohol. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Warte mal. Ich will erst mal gucken, ob ich hier überhaupt richtig bin. Was zur Hölle. Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. What the heck. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Warte mal, warte mal, warte mal. Ganz ruhig. Jetzt ist der Chat schon wieder da. Oh, du rollst auch echt rum, ey. Voll die Jammer-Suse. Der eine sagt, nee, das muss alles schwer sein. Und nee, das ist da. Nee, 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 nee. Okay. Okay. Ich habe aber auch unendlich Steine. Also ich meine, klar. Ich meine, komm schon. Ich meine, das war auch, das finde ich bei manchen Sachen auch so ein bisschen unlogisch. Wenn du halt extra Steine sammeln musst, weil theoretisch... Ich meine, das war immer noch Ratten. Dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Fertig. Du musst dir dabei kurzes Feuer zu erzeugen. Ja. Los. Aha. Na dann. Nur einen Topf. Natürlich. Das ist ein Topf voller Alkohol. Das interessiert natürlich keinen. Warte mal. Hier. Lukas, du bist dran. Mach du und ich bin schon mal am Plündern. Na gut, wenn man schnell genug ist. Bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Ich fand... Wie, die andere. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen. Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Hätte, hätte, hätte. Was für eine Kurbel. Nein, diese Kurbel nützt mir nichts mehr. Ich muss die andere finden. Okay, er hat diese Kurbel. Und die Amicia geht sich jetzt selbst einkurbeln. War das gemein? Hallo Ratten. Achso, ja. Ja. Naja, es war eine Arena, also. Ich mein, komm schon. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vorgang. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. So, lass mich raten. Warte mal. Ah. Aha. Aha. Wie das bläbt da jetzt aber, ne? Okay. Okay. Wir haben also Shortcuts reingesetzt. Das ist schon mal gut. Aufzugkurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter. Genau, fangen wir an zu gucken. Das hört sich so falsch an. Ich warte auf dein Zeichen. Und das hört sich so fucking falsch an. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, Mist, jetzt habe ich alles für die Steine verballert. Also egal. Na dann. Na, au. Endlich. Los. Ähm, hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell. Jetzt genau. Ja, stabil. Wie haben wir das geschafft? Ach, mit viel Können und starkem Willen. Mehr Glück als Verstand. Na wohl, bei Lukas bin ich mir nicht sicher. Aber ich muss sagen, er hat mir am Anfang, äh, im ersten Teil hat er mir echt besser gefallen. Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Hm, na hoffentlich hast du recht. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm! Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Oh, wisst ihr, wie lange es her ist, dass ich Smarties gegessen habe? Ja, wir haben ein paar Kilo verloren. Ich glaube, fünf oder zehn. Ich bin auf 79 runter. Aber nach dem, nach dem Mittwoch. Also ich habe mich Dienstagabend gewogen. Dachte so, ja. 79 Kilo war cool. Und dann natürlich der Mittwoch. Ein Gemüsegarten. Oh, sieh nur. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Ugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Schleimer. Gehen wir jetzt weiter. Weil er in der Skilagen muss. Mal sehen, was da drin ist. Kacke. Ach so. Ja, Dünger, ne? Eine improvisierte Kapelle. Willst du, äh, beten? Wenn du meinst, es könnte helfen. Danke. Wirklich. Aber wir haben keine Zeit. Ich habe immer noch keine Ahnung, was du mit Crush meinst. Ach. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Ich habe auch sieben Kilo verloren. Das Wort Crush im Englischen hat eine Zweige betrachtet, nämlich schwarze... Ah, okay. Ah, sorry about that, Justin. I don't know every word, who has a second sentence. So, just be Peyton with me. I'm a old man. Old man Logan. Alias, old man Graf. He's too old for this word. Oh, komm schon. Das ist jetzt eher nur so ein Looten-Ding jetzt hier, oder... Das sieht so aus wie so eine Folter-Arena. So, keine Ahnung, Rätsel-Arena, Entschuldigung. Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Boah. Weiße Ferrerokützchen. Smarties und Toffeefe. Hm, hm. Warum kann ich hier durchkrabbeln? Das machen die nicht umsonst. Nicht aus Design. Irgendwas wird da noch passieren. Warum kann ich da nicht durchkriechen? Robben. Ich brauche das Zeug nur anschauen. Ich habe wieder fünf Kilo mehr. Das ist ein riesiges Feuer. Jetzt wird doch bestimmt gleich wieder Abend. Und hier gibt es doch wieder Gegner. Also, wir warten, bis Arnaud kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht dir vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arnaud. Das ist ein Befehl. Und deine Entscheidung. Wir warten auf Arnaud. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Ugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vodorda rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los. Oh. Die weißen... Die sind einfach... Die weißen, ähm... Herrera White Crispy. Die sind einfach so pervers. Moment mal. Warum müssen hier immer unbedingt alle böse sein? Wer, wo, was, wie. Oh, da oben war ja einer. Der macht nur Nickaschirn. Er ist tot. Alarm! Eindringlinge! Der kann schon nur messern. Fuck. Ja, dann komm her. Komm mal her. Mutti hat was für dich. Gib's auf die Fresse, du Lümmel. Also, Truhe, ich will die aufmachen. Hallo, du kleiner Mümmelmann. Ich zieh dir deinen Lümmel lang. Ach, der macht nur Nickaschirn. Warum kann ich da nicht hoch? Ist doch nur eingeschlafen. Hat so tief geschlappert, vergessen zu atmen. Ganz einfach. Wie ist der überhaupt da hochgekommen? Der ist bestimmt da oben aufgewachsen, auf dem Balkon. War bestimmt so bei Geburt. Dachte seine Mama. In der so richtigen Durchfall. Dann haben wir so richtig festgepresst. Dann haben wir so richtig abgeschissen. und dann ist er einfach da hochgeflogen. Ah, nee, da ist eine Treppe. Ja, vielleicht hat er doch eine normale Geburt. Der geht mir bestimmt irgendwann auf den Sack. Tsch, 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 tsch. Bam, in your face. Haha. Das ist der mächtige Uterus. Flatsch. Haha. Ja, ganz genau. Doch, ein Ferrero-Weißküttchen muss noch sein. Aha. Zapp, 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 zapp. Habe ich eben gerade Schwefel aus dem Arsch gezogen? Ich will zwar nichts sagen, aber... Warum kriege ich hier einen Stock? Das fällt mir nicht. Ich... Na los, na los. Nicht jetzt. Warum? Aus dem Weg. Ne, 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 ne. Das war anders. Was hat denn da hier so... ...gemacht? Ach so, ein kleiner Justin. Es war so klar. Fuck. Ah, no, wir keinen Plan haben. So wird er spieler. Ach so. Okay. Achso, hier geht's ja rückwärts. Immer nicht die Tür offen. Was? Wo ist diese Sau? Wo ist diese kleine Drecksau? Einen Helm auf, ne? Hacke. Da leuchtet doch irgendwas. Können die aber nicht ablenken, ne? Was zum Teufel sollen wir jetzt machen? Wir warten auf Verstärkung. Stellung halten. Gegen verdammte Ratten. Stellung halten. Bastard. Schieb keine Panik. Bleib im Licht. Dann ist alles gut. Kann ich da irgendwas machen? Was ist das? Nee. Vielleicht kann ich das hier ganz... Hallo, ich würde gerne... Sieht natürlich keiner, ne? Bin auf einmal... Bin auf einmal... Lass mich raten. Oh nein. Hm. Ich meine, ich könnte mal probieren, Gegner zu verbrennen. Aber auf der anderen Seite... Ah, das ist noch eine Truhe, ne? Mal überlegen. Ach, hol nicht rum. Löse ich nach einer Weile auf, ne? Also... Aber warum? Ich dachte, das wäre frei. Fuck. Ich habe keinen Stock mehr. Was? Also man kann sich keinen schönen Weg machen. Schade. Tschüss, Ratten. Oder 0-9. Warte mal. Will ich jetzt einen Topf nehmen, oder? Kann ich einfach einen Stein werfen? Naja, Brandstein werfen ist vielleicht ein bisschen... Wir halten uns immer noch auf. Wir sind fast da. Fast. Eigentlich haben die uns im späteren... Verlauf eigentlich gar nichts angetan. Was ein bisschen schade war. Ah. Hier ist rein gar nichts. Oben ist doch einer. Ich glaube, der Feuerstein bringt bei Gegnern gar nichts. Gott. Gott. Hier schleicht jemand herum. Findet die. Ihr seid das... Hier drüben. Los, schnell! Sie sehen uns. Ich kann die Gegner nicht verbrennen, ich kann sie nur nerven. So, Ruhe und Frieden. Also, natürlich nicht, aber ich mein, komm schon. Puh. Glaube. Gibt's hier Stöcke? Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Das war, fast daneben geworfen. Aber nur fast. So, Alkohol und Schwefel. Das wäre halt schon krass, wenn du zum Beispiel durch deinen eigenen Schatten die Ratten anlockst, weißt du, wenn ich jetzt hier stehe. So, nach dem Motto, dass die durch meinen Schatten an mich rankommen könnten. Das wäre übel. Das ist übel. Hu 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 hu. Boah, so ein Schinken wäre natürlich jetzt auch geil. Nein, da geh ich nicht lang. Hier gibt's auch nix. Ich weiß nicht, ob das geil wäre. Wie viel kann ich denn maximal haben? Sechs, ne? Ich kann die also auch werfen. Interessant. Wie auch immer. Willkommen zurück, Kino. Oh, wie süß. Also, ich gucke mich erstmal hier oben um, ob ich vielleicht irgendwie so einen Weg erkenne oder so. Ja, durch das Fenster kann man jetzt nicht unbedingt gucken. Also, sie haben es mit den Ratten gefühlt ein bisschen übertrieben. Meine Meinung. Alter, bist du ja gerade durch die Ratten gelaufen. Also, Lukas, im ersten Teil warst du wesentlich intelligenter. Oh, hier war ich doch schon. What the... Oh, komm schon. Welcome back to the stream, Hino-Line. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ich kann da durchkrabbeln. Und jetzt dem Lukas voll ins Gesicht braddern. Richtig so... Richtig fetten, stinkenden Amisier-Pups. Was? Wie? Warum? Oh, komm schon. Okay, da sollten wir nicht lang. Das ist ein bisschen roboterhaft, ne? Aber nur so ein bisschen. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Naja. Er hat gar nichts. Ach, nee. Ah, leck mich doch. Für jeden Tod spendet der Justin einen Euro. Er wollte ja unbedingt, dass ich das mache. Und nicht für Extra-Tode. Oh. Wie schnell ist der? Hm. Und Tode sind dann ganz schnell im Minus. Ja. Und dann auf einmal ist der Gedanke, so nach dem Motto, ja, Sascha, kannst du auch auf Live spielen, um das die Story zu genießen. Gar nicht mal so... Ich weiß ja, dass ich in solchen Spielen schlecht bin. Ich hab jetzt nur ein Problem. Ich weiß nur nicht, wie ich mit dem... Wie ich mit dem... Durchgehe. Das war ja nicht meine Wahl, ihr wolltet, dass ich schwer spiele. Er hat mich eh gesehen. Also, keine Zeit zu reagieren, ich drücke Viereck, sobald ich es sehe. Ich muss auch wirklich den angucken. Ansonsten passiert da gar nichts. Also, äh. Südturm. Der hier. Muss ich in diese Richtung gehen. Und hier gibt's Ratten. Treppe hoch? Welche Treppe? Hier, ne? Das war doch der Bogenschützer, oder? Da hab ich noch ne Truhe flimmern sehen. Vielleicht krieg ich ja noch was. Naja, Eimerschwefel ist jetzt nicht unbedingt super viel. So, jetzt muss ich aber genau gucken, wo ich lang muss. Hier war ich überall schon. War ich überall schon? Also, hier jetzt nicht unbedingt, aber... Kam ich... Kam ich nicht von hier? Ja? Ja, von hier kam ich. Okay, lass mich mal ganz kurz überlegen. Da bin ich lang. Da auch. Ich muss... den Südturm erklingen. Also, muss ich gucken, dass ich irgendwie hier hochkomme. Rebo, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir mal einen ordentlichen Stock mit. Weil hier komm ich ja ohne Probleme lang. Hoh! Ja, ich muss noch mal etwas... Was? Ja, ich muss nicht... Was? Ja, ich muss noch mal sein. Aber ich muss noch... Irgendwann... Ich mach das mit dem Stock. Dann verbraue ich nicht so viele Ressourcen. Ich finde es ein bisschen unlogisch, dass ich den wegschmeiße und dann ist der Stock weg. Zumindest wenn man den Stock nicht benutzt hätte, könnte man den, den man getragen hat, wenigstens irgendwo einstecken oder aufheben oder so. Das wäre noch machbar. Wie sie sich einfach auflösen. Was sagt denn mein Skill? Weil ich bin eher der Schleicher. Ein bisschen Raffinesse. Glaubst du? Gut gemacht. Was hast du? Wodan ist hier irgendwo? Alles ist gut. In den vergangenen Monaten nach allem, was in Guillen geschehen ist. Guillen? Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Habt ihr da Asterix und Obelix getroffen? Aber alles war so schön und ruhig. So friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist. Dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr bis 100 gefüttert habt? Dass die neue Heimat dir so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Richtig schön, die alten Asterix und Obelix Filme. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut. Gut. Über das Meer erschallt der Ruf einer Insel. Das ist gut. Wenn die Verpackung schon das Spiel spoilert. Bringen wir diesen Magister Vodan zu Ugo. Eine Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür. Aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Ich kann es nicht lesen. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z. Wie Zeus. Das hier. Schreibschrift Z. Als letztes kommt Merkur. Der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen winden. Rechts von Jupiter ist Mars. Der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Äh. Ja, aber von wo aus gesehen? Lucas, ja, mit C aber, glaube ich. So, wie nochmal, Lucas. Man hätte ja sagen können, dass man von links anfangen muss. Set Mars. Das hätte ich mir schon fast denken können. Das sieht überhaupt nicht wie eine Tür aus. Nein. Na wohl, so eine Schrift, ja doch. Wenn sie wenigstens da irgendeine Scheiße reingeschrieben hätten, dann wäre es eine bessere Tarnung gewesen. Muss ja nichts Sinnvolles gewesen sein. Aber eine Geschichte. In diesem Kloster... Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guillaume. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lucas, ebenfalls Erchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wem kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin? Nimm meine Tasche. Ihr seht nur. Sehen wir nach dem Träger. Hm. Interessant. Ich hab doch... Magister Wodan. Wo ist der? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Ego, das ist Magister Wodan. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Aha. Interessant. Ja, nächste Woche Freitag. Bayonetta 3. Eine Bürde des Blutes. Wenn wir das Spiel heute nicht durchkriegen, was ich sehr wahrscheinlich finde. Könnt ihr ja schreiben, ob wir das dann weitermachen wollen oder nicht. Vielleicht schaffen wir es auch am Wochenende. Dann können wir uns morgen früh vielleicht sogar terminieren. Ich habe Ugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter! Du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Arden kennt die Makula. Ugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Nachts im Regen, während Feuer dein einziger Schutz gegen die Ratten ist. Macht natürlich Sinn. Dieser Regen. Wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Aber Grafpisch. Ist und bleibt das Spiel einfach geil. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen. Aber lass mal gestern, Bruder, ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Ugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf. Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein. Wir brauchen eine andere Lösung. Amicia, hol doch mal rum, ey. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte. Gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Alle verschwunden. Also wenn ich mal bedenke, dass ich eine Krankheit hätte, die mir die ganze Zeit Probleme macht. Dann würde ich auch wesentlich viel lieber einfach einmal eine Nacht richtig leiden und dafür ewige Gesundheit haben. Hier stinkt's. Hier stinkt's. Nach Fuß. Das sind meine Socken. Alles klar. Bist du bereit? Nein. Ja. Gehen wir. Fragt sich natürlich keiner, warum die so ein Riesentor aufmachen. Statt machen wir Mittagspause. Oh, so eine Rattenplage und nicht Corona. Corona als Rattenplage. Äh, ich weiß nicht. Die Ratten sind ja theoretisch nur ein Problem. Weil wir nicht im modernen, äh, weil das im Mittelalter ist. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel. Der kürzeste Weg zum Kölzer. Ich mein, bei Stray haben wir die Viecher ja auch mit ner Solarlampe dann schnell killen können. Hört, hört. Ich habe alles geflügelt, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch. Sachtige Bratenstücke. Köstliches Fleisch. Mh, mh. Köstlich ist klar. Wenn ihr noch nie Rindfleisch hattet, habt ihr was verpasst. Ich hatte schon viel. Aber nur nicht alles. Das ist jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Vater ist ganz allein daheim. Wir gehen bald noch. Was ist hier los? Oh, lasst uns durch. Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gespart. Auf Befehl des Grafen Viktor von Ahren. Kein Zutritt. Zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Ugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Da. Da ist eine Seitengasse. Was meinst du? Wie kommen wir da rein? Warte. Ich glaub. Bleh. Hier lang, Amicia. Ja, ich hab's gesehen. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Natürlich wohnt hier jemand. Guck's dir doch an. Nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Hm, hm. Na dann. Nicht nachdenken und nicht atmen. Das erinnert mich so ein bisschen an die... Nein, 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 nein. Oh, lecker. Oh, nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. In den Mund. Ja, schon. Viele Lebewesen, die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Also, Lukas, du hättest echt nicht sagen müssen, dass du was in den Mund bekommen hast. Die Stiefel sind ruiniert. Der Boden ist voller Blut. Wie die Arena. Also, jetzt kriegt er keinen Kuss mehr von ihr. Der Boden ist ein Köder. Äh, okay. Tja, Lukas, du bleibst ungeküsst. Jetzt weißt du die ganze Welt, was du in den Mund nimmst. Boah, der Karren steht im Weg. Ach, echt? Mach Sachen. Wir müssen weiter. Hilf mir mal, bitte. Ja. Ich hab was in den Mund. Nein, nein. Was ist das? Oh nein, nein. Nicht schon wieder. Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den... Hörst du das? Hier sind immer noch Leute. Ja, ich hab da noch Töpfchen. Ja, ich hab da noch Töpfchen. Hilf mir mit. Ich hab da noch Fleisch essen. Ich hab da noch Blut. Der Beste trinken. Was denn sonst? Wenn's kein Kadaver ist? Da kommen sie nicht dran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Lass mich raten, die killen wir jetzt damit. Jetzt das Feuer. Wir brauchen etwas Salpeter. Ja. Und wo? Bitte schön. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja. Jede Menge. Das sollte jedes Feuer löschen. Dann los. Warte mal, da geh ich lieber von der anderen Seite lang. Also langsam blicke ich über die wenigen FPS hinweg, aber... Irgendwie die, die, die Steuerung ist... Ein bisschen komisch. Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehm was mit. Das Zeug ist nützlich. Wenn ich den nicht irgendwie... Alles klar. Tob dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger drauf sein. War so eine Ratte am Spieß so gut... Nö, wenn das Fleisch nicht giftig wär... Mh... Wenn das Fleisch nicht giftig wär, so gut gewürzt... Why not? Du kennst mich schlecht. Wenn etwas gut schmeckt und es nicht schädlich ist... Dann ist es mir so egal. Dann ist das mir sowas von scheißegal. Ich hab noch drei erwischt. Haben sich ganz schön gewehrt. Oh nein. Ein Soldat. Hey. Was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt. Nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh Gott. Das war so knapp. Du hast gerade... einen Soldaten-Deprovus getötet. Mimimi. Warum hat er angegriffen? Wollen wir nicht rum, du Jammerlappen? Sie ermorden die Bewohner. Sie... Sie säubern jetzt die Viertel. Hey! Komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Nein! Lass dich los! Heilige Scheiß! Naja, das hat sich wohl erledigt. Die Scheißnager töten schneller als wir. Der exekutiert uns sofort. Wir oder sie. Ugo kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Hör auf, du kannst Salpeter verwendet. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen um die Fackel zu löschen. Extinguis, alles klar. Fertig. Jetzt schießt es auf die Fackel um. Na ja, ich weiß. Mist! Nö, 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 nö. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja. War vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Bleibt mir vom Leib, klar. Ich will zwar nichts sagen, aber... Das sieht nach Tagen aus. Runter, da ist noch einer. Scheiße. Ich mache die Türen sicher nicht auf. Ich weiß, was da drin ist. Nö, nö, nö. Ey, das ist voll kaltherzig, du. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der... Was? Ich will da aber hin. Hm. Hm, hm, hm. Da kann ich ja mit nem Stock. Hoffe ich. Ey, ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ich will doch nur die Truhe. Oder was das auch ist. Ich hab keine Ahnung. Ah, ich hätte den da hinlocken können. Okay. Hallo. Hallo. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Vodan. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Einen Traum, den er seit Wochen hat. Nein, ich hab doch... Wie? Ich hab... Oh. Warte mal. Angriff? Hä? Mir leveln. Mir leveln. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so eigentlich bin ich... Brauch... Das Spiel jetzt kein Level-System oder so. Muss jetzt nicht zwingend sein. Ich hab keinen Topf mehr. Interessant. Oder? Hä? Nicht genug Matten. Aber für was? Was fehlt mir denn an Material? Es ist nicht eigentlich noch hell? Also theoretisch, ne? Müsste ich doch eigentlich da... gut durchkommen. Okay. Okay. Weiß ich... Niemand darf uns erwischen. Aber die sind schneller als wer. Oh, ne Riesentruhe. Hoffentlich haben sie es da echt nicht übertrieben. Trieben. Soldaten! Hm-hm. Er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Hat dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln. Dein Krug. Eine Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Ein Topf Extinguis. Könnte klappen. Was warst du da? Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Vielleicht haben sie was übersehen. Na dann viel Glück. Mh. Lecker. Lecker, lecker. Mjam, mjam. Ich rate, ich muss da irgendwie hoch. Hier kann ich nicht hoch. Warum ist das, ist das so schlimm, wenn die die Stadt säubern? Die fressen doch gute Menschen. Nein, Stadt säubern meine ich jetzt nicht, äh... Damit meint er jetzt nicht die, ähm... Damit meint er jetzt nicht die Ratten, sondern die, ähm... Säubern ist sowas ähnliches wie Keulen. Sozusagen, Justin. Oh, ich glaub, wir haben ein Problem. Was? Das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. So, lass auf Mark jetzt. Los! Ich komme! Komm schon, schneller! Bin direkt hinter dir. Das bedeutet, ähm... Wenn die das mit Corona gemacht hätten, Justin, dann hätten die theoretisch... Ähm... Keine Ahnung. Vater hat irgendwie hier... Die Ratten im Haus, wurden angeknabbert oder so. Und dann haben sie die ganze, die ganze Familie, die im Haus gewesen ist, einfach gekillt. Das nennt man auch Säubern. Das bedeutet, jeder, der Kontakt mit so einem Kranken hatte, der wurde eliminiert. Das nennt man, ähm... Oder nannte man auch Säubern. Oder nennt man auch Säubern. Im menschlichen Sinne. Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Hier hat man's halt mit Quarantäne. Bedeutet, ähm... Wenn du Kontakt mit nem Corona infiziert nahrst, dann machst du Tests. Und früher hat man dich halt einfach gekillt. Wurde vor kurzem noch benutzt. So als Beispiel. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Ja. Guck sie dir gleich mal an. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Ach, echt? Nennt man doch eher... Äh, was? Euthanesis. Euthanesie. Äh, keine Ahnung. Der Begriff ist mir wirklich, ähm... Durch eine weiche Spur macht Amesia bei... Oh, Schleuder weniger Lärm. Durch das Annähern an den neuer Taschenkern. Zusätzliche alchemistische Munition. Ja. Ich find das noch... Ich find das hier noch ganz okay. Werkzeuge. Ein Verwertungswerkzeug eignet sich beim Platzmangel. Ah, eignet... Äh, okay. Ich würd aber eher die Schleuder... Was meint ihr denn? Ich bin mir da selbst noch nicht so ganz sicher. Ist eigentlich alles ganz gut. Hier Ausrüstung. Ähm, mehr Muni... Äh, mehr Zeug. Ja. Google es selbst. Definition schreibe ich nicht hier rein. Kommt aus einer bestimmten Zeit. Ah, okay. Ähm... Geheimtaschen. Ja. Äh, Schleuder ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Weichere Schleu... Äh, weichere Schnur. Weniger Lärm. Da kann ich dann zum Beispiel, äh... Machen wir erst mal weichere Schleuder. Ich kann zwei Sachen machen. Wie cool ist das denn? Äh... Alchemie. Nähen von neuen Taschen. Mehr Munition. Ausrüstung. Einen zusätzlichen Topf. Ich würd Werkzeuge mal nehmen. Super. Fähigkeiten. Will ich noch nicht lernen. Ist immer noch dran. Super. Jetzt will ich erst nochmal gucken, ob hier... Ob es hier noch irgendwas gibt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier geht's runter. Die Frage ist nur... Bist du soweit? Ja. Gehen wir. Ah, sicher? Ich will eigentlich die anderen Häuser nochmal ab. Aber okay. Spiel sagt, wir gehen los. Dann gehen wir los. Hier ist eine Leiche. Die Ratten. Nein. Der hat wahrscheinlich selbst keinen Bock mehr gehabt. Erstochen. Vermutlich Soldaten. Warum müssen die Soldaten immer so runter machen? Ich hab doch eben wieder Ratten gehört. Mach diese Tür nicht auf. Ach. 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 Sag ich doch. Mauern bringen gar nichts. Sie riechen die Kadaver. Ja. Sie folgen einfach dem Blut. Aber... Wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Hey! Nein! Haben wir euch vergessen? Das ist ja wenigstens was Fallen. Nee, ne? Ich fürchte, die sind wir noch nicht los. Die werden nie los werden. Das ganze Spiel besteht darin. Ja, damit müssen wir zunächst in Flamme. Aber der Lukas hat doch seine schon. Hohoho. Na komm. Wo ist der verdammte Nachtschatten? Ich weiß, es ist die Hölle. Aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Die Leichen müssen im Licht bleiben. Wusste doch das mit den Drachen, was nicht stimmt. Du weißt, was wir nicht hier sind drauf. Essen und Waffen. Als wären wir im Krieg, den sie schon verloren haben. Was ist für alle, die du ermordet hast? Wir haben keine Zeit für Rache, Amicia. Er war sowieso im Weg. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Wir haben Besuch. Sie dürfen nicht entkommen. Spürt sie auch. Sie verstecken sich dahinter. Ich scheuch sie raus. Oh Mann. Warum lasse ich mich auch immer auf diese Scheiß-Diskussion ein? Seine Dame nicht so siegesicher, Amicia. Bin ich von da rausgekommen? Oder... Nee, ne? Der Graf hätte dem Wolf keine Macht geben dürfen. Wir wissen nicht mal, ob die Leute, die wir töten, noch krank sind. So dass nur enden. Der Wolf ergreift Maßnahmen, die wir brauchen, sonst... Sonst bricht Panik aus. Ich weiß. Warte mal, macht es vielleicht Sinn, dass es aus bleibt? Ja, was probieren. Ah, okay. Da hätte ich das auch so machen können. Ah, okay, 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 okay. Ich habe viel zu viele Materialien verschwendet. Und jetzt habe ich einen Softlock. Dafür, dass ich das Ding jetzt so aufgedreht habe, komme ich nicht mehr weiter. Oder? Ja, noch geht's. Ich dachte, ich hätte mich jetzt gesoftlockt, so durch die ausgemachte Flamme. Käme ich nicht mehr weiter, aber... Ach, Mann. Ich habe halt auch nichts mehr, ne? Ich kann kein Feuer... Fuck. Warum ist hier auf einmal so langsam? So zwei, drei Schritte könntet ihr doch noch gehen. Oder sind die falschen Wege nur dazu da, um diese Penner fertig zu machen? Aber manche müssen wir sowieso killen. Also... Nein, komm schon. Gut vergießen. Alles, was sie kennen. Wir sind Soldaten. Fleischklumpen mit Schwertern. Haha. Ah! Fleischklumpen mit Schwertern. Interessant. Oh, fuck. Nein, schwarze Ratten mit leuchtenden Augen ist normal. Die wollen nur spielen. Das sind zahme Hausratten. Ene, mehne... Oh, wisst ihr, worauf ich wieder Bock hätte? Ich bin im Stream, Justin. Dementsprechend... Werde ich später mal gucken. Das ist das wie ein Lärm. Fuck! Der Kräuterkundler! Mit meinen Pflanzen! Die... Die brauche ich für Ernst und Zinn! Wir haben den Weg, wenn ich... Wir müssen nur hier sein! Oh, Gott. Ein Tänklinge! Nein! Ach, Mann! Kacke. Ich könnte ihn auch platt machen. Ich könnte ihn auch platt machen. Ich glaube, den muss ich wirklich platt machen. Ich glaube, das kam von da drüben. Nein! Hat sich da gerade was bewegt? Nein! Na kaum. Alle stehen bleiben! so hohem karton eine mene kleine kiste ich musste es tun vielleicht aber es ist sowieso zu spät wir müssen hier weg ich weiß wie er aussieht es ist also nicht alles verloren wir müssen nur seine werkstätte aber reiß dich zusammen so kannst du nicht weitermachen aber dank diesen mistkern geht es nur noch schluss fahrt zur helle amicia bitte warum holt er nicht rum nur lappen ey immer nur ich kille doch nur das was im weg ist meine güte der lukas rollt echt rum na kacke in den arsch ja natürlich kommt doch eh nicht her jetzt haben wir eine patz situation fuck ich kann da auch nichts machen ich kann aber auch nicht so das muss doch weh tun so voll in den sack da würde ich zusammen klappen aber nein ja ich hab ein Problem ich werde mich vielleicht einfach durchschleichen sollen ja ob du willst oder nicht hab ich irgendwie noch ein messer oder so jawohl schön ich hoffe das hilft uns weiter ganz viel zeug oh 10 stücke ein werkzeug coolio coolio oh coolio na dann also holt euch aktuell lieber die pc version wenn ihr einen guten rechner habt weil 40 fps ist echt schwach hoffentlich reicht das ja ich hätte auch hier hingehen können ich voll idiot also dass die stöcke schnell abrennen ist eine sache aber das ist ja ein bisschen too much das stimmt also man muss halt man muss halt auch bedenken es ist immer noch eine konsole also von der ps5 bin ich so grafisch mäßig und leistungstechnisch gut also gut überrascht also wirklich überrascht das war nur ein loot das ist ja bäh so jetzt weiß ich nur nicht wo ich lang muss hallo lau was zum das ist mir zu blöd ja gut du musst aber auch mal bedenken Justin ähm guck dir mal den größten vergleich der konsolen an nummer 1 nummer 1 ich kann ich muss diese fackel anmachen kann ich aber nicht gute nacht mal den hau rein schön das cool dass du reingeguckt hast naja dann schauen wir mal das steam äh schauen schau dir mal das steam deck an das hat auch ordentlich power ja es ist aber auch später hergestellt worden musste mal bedenken aber die meisten spiele kann das steam deck kann aber auch glaube ich nur 30 ich meine ich hätte nicht gelesen äh dass es 60 kann muss ich das irgendwie anders machen warte mal ich komme doch auch so dahin also man kann sich schon echt ein bisschen verfranzen oder ich stelle mich einfach nur ein bisschen zu blöd an ich hätte nämlich jetzt keine ahnung habe ich nämlich jetzt eigentlich keine ahnung wo ich lang müsste aber ich glaube ich muss einfach nur so nah wie möglich an dieses tor ran aber ich habe halt auch jetzt nichts mehr wo ich halt mal feuer machen kann das bedeutet die linke fackel kann ich nicht anstecken aber vielleicht reicht das die sind durchs tor gekommen die werkstätte muss also irgendwo auf der anderen seite sein es war mir irgendwie klar dass wir nicht durchs tor kommen werden wir mal sehen aber will ich mir wirklich noch eine switch 2 holen ich bin ja schon am belieb äugeln ob ich mir einfach nochmal eine xbox one hole eine xbox series x hole die digitale version einfach nur damit ich sie hier stehen habe und ich muss meine konsol mal anders aufbauen hier auf der linken seite da mache ich einfach alles frei dann wie sieht nachtschatten denn aus such nach einer lila blume in der form eines sterns lila stern lila stern nein nein falsche form ist schon gut such einfach weiter hat mich schon abgefuckt dass nintendo zu 3ds wurde aber da konnte man wenigstens auch noch die alten games spielen also ich muss sagen klingt jetzt blöd aber ich finde die leistung von nintendo muss jetzt nicht unbedingt großartig steigen wenn sie einfach genau da so bleiben auf dem zug den sie sind das lavendel nein das ist er nicht wenn die einfach genau auf dem zug bleiben weil klein handlich und die switch ist einfach eine perfekte konsole eine perfekte konsole nicht weil die jetzt unbedingt leistungsvoll leistungsfähig ist oder sonst was sondern einfach weil die switch potabel ist du kannst spiele gut spielen ohne probleme ohne die gedanken machen zu müssen oder so und die hat halt einfach einen perfekten übergang von docking station bis hin zum bis zum dingsbums also kannst einfach reinstecken und du zockst auf dem fernseher bis unterwegs weil deine eltern was weiß ich wegfahren wollen und du weißt du hast ordentlich du hast eine ordentliche fahrt hin die einfach mal rausgenommen das spiel funktioniert einfach weiter was mir auch was mir auch sehr gut gefällt im vergleich zur ps5 bei der switch ist ist wenn ich jetzt hier zum beispiel den ps home button drücke da komme ich zwar in das menü aber das spiel bleibt im hintergrund also wenn ich das länger drücke komme ich hier hin muss aber erst mal aktivität fortsetzen naja vielleicht haben sie es geändert damit hatte ich beim letzten mal mehr probleme aber bei der switch lief das halt einfach perfekt und du kannst auch einfach mal das paar tage da stehen lassen das hat mir in der switch gut gefallen aber es läuft hier ja auch aber die passt zur note auch in die rosentasche aber es gibt doch grafikkuren der wald dort sieht extrem gut aus mit der grafik mit der ja das stimmt das stimmt also so optisch aber warum aufgehängte krähen es war so klar also grafisch klar auf jeden fall es wäre geil wenn die wenn die switch 2 wenn die so ein sim kartenslot kriegen würde wie so ein handy dass du dir weil die die macht ja jetzt auch die kann ja auch plugin requieren für die switch aber das macht in der cloud version bedeutet ich glaube nicht dass es jetzt großartig logisch ist da jetzt noch großartig in die richtung zu gehen sprich stärkere konsolen sondern eher so nach dem motto stabilere verbindung und dann cloud streaming was es geht dir nicht gut doch du atmest nicht mal richtig mir ist schwindelig und mein herz rast ich glaube ich weiß hör zu die soldaten des grafen plündern hier alles wir müssen den den nachtschatten vor ihnen bekommen ich mach das nein in deinem zustand kannst du das nicht ich werde gehen ich schleich rein ich schaffe es die kräne erinnern mich an willig village also eine switch pro wäre geil wenn sie auf cloud streaming setzen würden für grafikbomben und dann zum beispiel den jahreszugang zum beispiel halt auch für für hier so 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 lte oder 5g netzwerk machen dann könnte man auch unterwegs sowas machen also in diesem bereich ja das wäre auch das wäre zum beispiel eine gute erweiterung nur für die switch also ich habe damit ich habe es auch noch nie probiert aber ich würde dem eine chance geben wenn man eine stabile verbindung hat kollegen schwören drauf aber für die switch wenn die das so intern machen weißt du nintendo karte rein dass du dich da optimal nur mit dem nintendo dienst nur mit dem nintendo dienst verbinden kannst anstelle von dieser nintendo online mitgliedschaft plus warum geht sie amicia schlicht weil sie von nugo getrennt ist ein blünder wer ist verrückt genug hier her zu kommen aber die lichteffekte sind schon geil ne also meine grafikkarte würde das durchaus mitmachen aber ich weiß nicht fuck fuck den anderen habe ich nicht gesehen kein cloud gaming das ist schwierig schwierig wie kannst du mich denn sehen ich war im busch du olle musch fuck fuck ich bin eingewundert ich bin eingewundert oh das ist aber klar warum sind das immer so viele ne 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 fuck das ist halt auch kaum messer oder so ne ich meine den typen da hinten den könnte ich vielleicht mit der schleuder aber das arschloch mit dem helm das ist ein böser schelm wieso ihr die sind erledigt oh volle schienieren auch ohne pilz killt er die milz das ist die 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 der die Wusste ich's doch. Steh auf. Zurück an die Arbeit. Er ist tot. Jetzt. Sie sind hier. Ich seh sie. Och man, die braucht viel zu lange zum schleudern. Ist das wirklich der Dingsbombs? Der Schwierigkeitsgrad? Oder bin ich einfach nur so schlecht im Zielen? Vorher ich die Tore aufmache. Ich hab's ja auch den Drecksau fertig. Och, pick mir doch ins Eierlochknie, ey. Himmelfurzender Putkopp, ey. Das sind bestimmt die. Ach, nein. Was? Wollte ich rum mit mir jetzt dasselbe gemacht? Da. Aus irgendeinem Grund kann ich mit dem PlayStation-Controller nicht so gut zielen. Oder ich bin einfach schlecht geworden. So, wo ist denn diese glorreiche Lümel durch? Oh, die Blumen. Oh, ich kann gegen diese Footköpfe nix machen. Na, ach, klar. Ihr seid doch diejenigen, die mir so auf den Sack gehen. Finde ich schade, dass da so viele Helmficker rumlaufen. Wann ist die so hässlich, dass die von ihrem Kommandanten gezwungen wurden, ein Helm zu tragen. Also, die entsprechen voll unseren Bewerbungs- Bewerbungskriterien. Bewerbungskriterien. Danke. Der hat seine Lektion gelernt. Bräudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen. Schreie in der Scheune! Mir nach! Wir bewachen können! Sie kommen, versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab! Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's! Kommt, hier bin ich! Also, dafür doch so die ganze Zeit so schnaubst, Mädchen. Ist das... Bist du sauer oder bist du... Ist das Leidenschaft? Weiß nicht. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's! Kommt, hier bin ich! Du hast auch keine Chance, ne? Die zielt einfach viel zu langsam. Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's! Kommt, hier bin ich! Och! Darf ich auch mal zielen oder sowas? Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's! Kommt, hier bin ich! Ah! Ah! Da hast du's! Ah! Ja! Ja! Ah! Siehst du, die können nichts! Kein Grund, Angst zu haben! Ohohohohoho! Ah! Ja! Ich hab die Angst so satt! Ich zeig ihnen, dass es vorbei ist! Komm! Ich geb dir, was du willst! Er hat ein Schild! Vorsicht! Eindringling! Sie ist bewaffnet! Schieß auf die Beute, Lamisiewer! Dann sehen sie nichts mehr! Ey, hier wird feucht, ne? Hier sind Eindringlinge, Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Da! Da hast du's! Siehst du, die können nichts. Kein Grund, Angst zu haben. Was machst du da? Wir müssen hier weg. Juno heute nicht da? Ich hab die Angst so satt. Ich zeig Ihnen, dass es vorbei ist. Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat einen Schild. Vorsicht! Ja, dringlich! Sie ist bewaffnet! Alter, die... Schieß auf die Beutel, Lavissia, dann sehen sie nichts mehr. Nooooch. Das ist, wenn man zu viel Auswahl hat und meint, man muss alles variieren. Mann, am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Äh! Da hast du's! Siehst du, die können nichts. Kein Grund, Angst zu haben. Amicia, was machst du da? Ich glaub, die Kleine ist sauer. Nein! Ich hab die Angst so satt! Ich zeig Ihnen, dass es vorbei ist! Ja, siehst du! Komm, ich geb dir, was du willst! Er hat einen Schild! Vorsicht! Eindringling! Sie ist bewaffnet! Schieß auf die Beutel, Amicia, dann sehen sie nicht mehr! Ja! Ja! Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an! Das sind zu viele! Es kommen immer mehr! Wir müssen hier wenden! Dann geh halt! Das ist jetzt mein Revier! Hier werden sie sterben! Äh! Alter! Ich mach dich kalt! Du bist tot! Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst! Mehr hast du nicht drauf! Ach komm! Du musst aufhören, sonst sterben wir! Falsch! Äh! Alter! Die hat doch echt einen Arsch offen, ey! Was geht mit der ab? Seitdem er sich Beschützerin gemahnt hat, ey! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's! Kommt! Hier bin ich! Oh! Da hast du's! Da! Siehst du? Die können nichts! Kein Grund, Angst zu haben! Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg! Das ist so schlimm! Nein! Ich hab die Angst so satt! Ich zeig ihnen, dass es vorbei ist! Komm! Ich geb dir, was du willst! Alter! Komelo, läppel euch! Alter! Alter! Wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an! Wo sind zu viele? Es kommen immer mehr! Wir müssen... Dann geh halt! Das ist jetzt mein Revier! Hier werden sie sterben! Höh! Ja! Na! Mach dich kalt! Da! Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst! Mehr hast du nicht drauf! Ach komm! Du musst aufhören, sonst sterben wir! Falsch! Du hast nur Angst! Aber die musst du eben einjagen! Alter, da willst du mich verarschen! Mann, am Boden! Welcher Rosettenknilch wollte nochmal... Es muss schwer werden, weil es uns langweilig ist. Ich hab doch... Fick drauf. Fick, fick, fick. Leck mich. Das ist immer so ein Patt. Welcher Schwanzlutscher wollte ich normalerweise noch auf Schwerspiele? Hast du Spaß? Jetzt reicht's, komm, hier bin ich. Findest du's geil? Warum ist die... Fick mir doch... Findest du's geil? Hey, mach uns will, du musst einfach bitter werden. Ich hoffe, du spritzt schon ab, ey. Warum triffst du Fotze nicht? Siehst du, die können nichts. Kein Grund, Angst zu haben. Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein, ich hab die Angst so satt. Ich zeig ihnen, dass es vorbei ist. Wer bist du? Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat einen Schild. Vorsicht. Eindringlich. Sie ist bewaffnet. Schieß auf die Beutel, Amicia. Dann sehen sie nichts mehr. Ja. 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 Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Dann zeigst du. Alter. Du musst aufhören. Ja, warte. Wie war Gott aufgab? Leck mich doch. Mann am Boden. Hier sind Eindringlinge. Alarm. Jetzt reicht's. Kommt hier mit. Ey. Kann wahrscheinlich gerade nicht schreien. Hat den Mund voll. Mann am Boden. Hier sind Eindringlinge. Alarm. Jetzt reicht's. Kommt hier mit. Da hast du's. Da. Siehst du? Die können nichts. Kein Grund Angst zu haben. Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein. Ich hab die Angst so satt. Ich zeig ihnen, dass es vorbei ist. Komm. Ich geb dir, was du willst. Das wollen sie doch. Schwierig mit einer Hand zu schreiben. Das ist mir schon klar. Schieß auf die Beutel, Amicia. Dann sehen sie nichts mehr. Ja. Ja. Da. Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Ah. Ich mach dich auf. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf. Ach komm. Du musst aufhören. Sonst sterben wir. Falsch. Du hast nur Angst. Aber die musst du ihnen reinjagen. Warum? Ey. Fick dich. Fick dich ins Knie, ey. Ich werde nie wieder auf Fick hören, ey. Spiel es selbst. Hier sind Eindringlinge. Alarm. Jetzt reicht's. Kommt. Hier bin ich. Da hast du's. Ah. Siehst du? Die können nichts. Kein Grund Angst zu haben. Amicia, was machst du da? Halt dein Maul. Spielst du selber, du Penner? Nein. Ich hab die Angst so satt. Sag dazu die Schwache. Ich weiß nicht, dass es vorbei ist. Ich weiß nicht, dass es vorbei ist. Das kostet Geld. Komm. Ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Vorsicht. Eindringlinge. Ich kaufe dir das Spiel. Du kommst vorbei und zockst es. Und immer wenn du verkackst. Doch, leck mich. Ah, ich bin also nicht One-Hit. Wie schnell ist der? Leck mich doch. Das ist doch unglaublich. Und immer wenn du verkackst, Justin. Ich bin nicht gut. Das sag ich auch nie. Warum macht ihr euch über jemanden lustig, der das offen zugibt? So, ja, das ist schwach von dir. Also menschlich schwach jetzt. Ich sag, ich schaff es nicht. Weswegen ich das nicht mache. Und die sagt, du machst es trotzdem. Oh, du hast ja gesagt, dass ich schwach bin. Also muss ich nochmal extra sorgen. Willst du mich verarschen? Das hat so gut funktioniert. Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf? Ach komm. Du musst aufhören, sonst sterben wir. Falsch. Du hast nur Angst. Aber die musst du ihnen einjagen. Ja, komm. Braver Hund. Alter. Das ist nur ein Kind. Alter. Ja, ein Kind, das euch kalt macht. Nur Geduld. Du bist auch bald dran. Hier drin. Zeig dir, wie es dann geht. Ja, komm. Versucht es doch. Hört mal her. Ab jetzt bestimme ich die Regeln. Männer. Die Ehre der Armee liegt in unserer Hand. Alter. In meiner. Du bist tot. So Gottverdammt tot. Hör. Du wirst meine Männer nicht töten. Hab ich schon getötet. Alter. Was geht denn mit der ab, ey? Die war ja richtig... Die war ja richtig in Wallung. Alter. Übel, mübel. Die war richtig auf. Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Ich mein, schlau war's von ihr nicht. Du solltest dich setzen. Und mehr hast du nicht zu sagen? Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf. Nein. Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Ugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester hängt? Gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich... Ich verliere den Verstand. Ich habe eher das Gefühl, dass es ein Teil ihrer Makula ist. Weil er nannte sie ja Beschützer. Du bist eine Derun. Hey, der Garten ist beinahe fertig. Bereitet die Verurteilten vor. Das sind wir. Hör zu. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Kommt raus. Eure Schlingen warten. Warum hat der so am Miesjab die Essen? Halt! Wir warten auf den Henker. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Warum hat der so am Miesjab die Weibs? Was? Du stehst vor dem Miesjab die Zeit drängt. Zeig mal manieren. Du bist Krähenfutter. Also benimm dich auch so. Du hast Männer getötet. Lukas! Die Treppe! Los! Mach schnell! Was zur Hölle! Was war das? Stupi Fagio. Du gewöhnst dich schon dran. Das hat gesessen. Ah, die haben noch meine Schleuder. Keine Zeit dafür. Das wird sie aufhalten. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja. Ja. Wohin jetzt? Es muss einen Übergang geben. Ein Dach. Da drüben ist ein Fenster. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Es muss sein. Himmel ist das hoch. Meiner hat so eine schlaue Idee, die Schleuder nicht mitzunehmen. Hütten euch sowieso. Es ist sowas von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Ach, geschafft. Obwohl schwer wäre, ich bin schon tausendmal gestorben. Doch, bitte. Ich hoffe, sie kommt nie fertig. Wache. Ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Hier. Was ist das? Was ist das Zeug? Mhm. Aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh. Habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Aber das Biest hat sie erwischt. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Noch eine Wache. Er bewegt sich nicht. Aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger? Stupifaccio? Ja. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. Lukas, das Tupifaccio wäre gut. Wird gemacht. Achtung. Beeil dich. Er löst dich bald auf. Jetzt wartet auf der Ecke einer, der sich dauernd killt. Ugo ist irgendwo da unten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Die Tage der Städte sind gezählt. Ja. Gehen wir zurück zum Haus. Echt? Was soll das? Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik. Aber ein Aufstand. Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann... Weißt du, wo wir hingehen? Nein. Geh einfach. Ich hab keine Ahnung. Hey, bist du eigentlich fertig? Unter den Tisch. Schnell. Oh nein. Ist das Depot sauber? Ich mach seit zwei Tagen nichts anderes. Gönn mir eine Ver... Was war das? Eindringlinge! Schnappt sie euch! Jetzt kommen sie! Halt! Fuck! Halt! Nein! Joach! Ich sterbe doch auch so genug. Justine. Aber eine Belagerung? Echt? Was soll das? Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik. Aber ein Aufstand. Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann... Weißt du, wo wir hingehen? Nein. Geh einfach. Weiter. Hey, bist du eigentlich fertig? Unter den Tisch. Schnell. Oh nein. Ist das Depot sauber? Ah, das macht die automatisch, ohne dass ich herunterkrabbeln muss. Okay. Gönn mir eine verdammte Pause. Halt still. Halt still. Gehen wir. Bin totlöde. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen. Alter, das sieht schon geil aus. Aber leider muss ich hier durch. Not bad. Und ich meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau. Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Waffen, Schwerter, Messer. Keine Schleuder. Suchen wir weiter. Beten wir, dass niemand kommt. Sonst... Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Trockenpflanzen, Pulver. Such weiter. Kann ich nicht schneller sein? Vielleicht ist da ja noch was. Ich nehm lieber so ne Statue mit. Die ist bestimmt Gold wert. Geht's mir. Wird wahrscheinlich keiner. Nein. Nein. Aber das... Das könnte trotzdem nützlich sein. Wo ist der Nachtschatten? Bleib doch unten. Ich hab hier echt mit der Kamera, mit der Perspektive zu struggeln. Vielleicht hier. Bitte. Auch nichts. Wo haben sie sie hingetan? Glauben nicht, dass die die Schleuder als Waffe sehen. Ah, sie muss irgendwo sein. Vielleicht hier? Nein. Das behalten wir mal. Das sieht doch so verdächtig aus. Was ist das? Ach, nein. Dadurch, dass du das DLC geschenkt bekommen hast, sozusagen. Kann ich mir vorstellen, dass wir bald ne... Wird mir vielleicht ne Armbrust kriegen. Oh, hier ist jede Menge praktisches Zeug. Der Geruch... Na los, komm schon. Ja, ich hab die Nachtschatten am Mission. Ach, so ein Saustall. Bitte, bitte. Jetzt noch meine Schleuder und dann hauen wir ab. Ich geh mal zur Tür. Hm. Wo ist denn die Schleuder? Wo ist die nur hin? Ohne diese Schleuder bin ich nur ein Kind. Da kann ich mich nicht wehren. Das wird mir verwehren. Vielleicht mit nem Messer? Und ich hab keins da... Noch nicht. Hier liegt so viel Zeug rum. Lass mich raten, da liegt ein Messer. Interessant. Oh, ne, doch nicht. Hab sie. Halt dich damit zurück, ja? Ich weiß. Dann ab zur Tür. Verschwinden wir. Na, wenn ihr mal wieder so ne Wallung kriegt. Ach, Mist. Was ist los? Die Klinge ist kaputt. Aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Alchemie... Warte mal. 30. Okay, nehm ich mit. Hab nur eins, ne? Ein Werkzeug. Fuck. Das sollte die Sache erleichtern. Mal sehen, was sich machen lässt. Ah. Ah ja, machen wir alles mal gleich. Doppelhalterung. Oh, das ist vielleicht nicht schlecht. Wenn ich zielen könnte. Kann ich aber nicht. Konnte ich noch nie. Werde ich auch nicht mehr lernen. Dafür bin ich zu alt. Also, wann geht's jetzt los? Keine Ahnung. Mir egal. Du willst da sowieso nicht raus. Glaub mir. Mist. Das Tor ist so nah. Es sind zu viele. Da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Siehst du das auch? Was? Da oben. Die Balliste. Hör zu. Ich hab hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzügt. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Ich bin doch schon dran. Irgendwo muss doch... Boah. Holt mehr Männer. Wir werden die Patrouillenstärke verdoppelt. Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Ich bin doch schon... Oh. Da. Da ist dein Karren. Ja, gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Was? Ich hab keine Ahnung, wohin das... ...möglich muss. Ich dachte... Ich hätte es auch so machen können. Ich hab doch die Brücke schon runtergelassen. Hm, hm. Tja, dann fang mal an zu kurbeln. Boys. Tschüss. Also los. Oh, das Ding ist schwer. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Was? Da ist dein Gegengewicht. Ich übernehme die Kurbel, wenn du willst. Ja. Wir müssen irgendwie die Kette los. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Und abwärts. Es funktioniert. Ja. Die Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Los, zur Tür damit. Schnell. Komm, Lukas. Los. Wir haben nur einen Schuss. Ich weiß. Wenn das schief geht. Ist Ugo allein? Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Hier passt es. Halt. Das ist du Pefaccio. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Oh. Na gut. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Nee, ne? Halt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch. Sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Mach dich bereit. Bin ich schon. Sehr viel Vertrauen. Höch, yo. Yo. Übel Möbel. Na endlich. Wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell. Wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Ganz ruhig. Es sind guten Händen. Den besten sei versichert. Ich hoffe es. Für euch. Ha. 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 Eine Bürde des Blutes. Wir sind schon Kapitel 4? Also, ich weiß nicht, wie viel Kapitel es haben wird, aber... Why not? Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. Zwei Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da raus holen. Aber ein Tag, der die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia. Ugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet. Da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Wir brauchen... Kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen. Du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Ugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt. Die Makula nähert sich von seinen Gefühlen. Oh! Hört zu. Wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph. Er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas. Bitte geht zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia. Du kommst mit. Wird die denn so... ...wild? Ihr beide. Warum checkt die das nicht? Ahem. Geht's dir... So, warte mal. Kann ich den manuell speichern? Nein, kann ich nicht. Gut. Nein. Wusstest du das mit Ugo? Ich... Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magistra Wodeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Der hat sich doch voll verschossen in sich. Ja. Na gut, ich meine, komm schon. Der ist in einem passenden Alter und die einzige Tussi, die ihm folgt. Das war im Ernst, Justin. Klar hat er sich zum Nie verschossen. Oder zumindest so ein bisschen. Bleibt ihm ja keine Auswahl. Herr gehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Kein Grund zur Panik. Die Armee der Pompons hat die Lage unter Kontrolle. Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Da, der Wachtturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das... Das sind Leichen aus der Arena. Lecker. Da bringen sie sie also hin. Muss ich hier lang? Ja, ne? Kann ich schneller ran? Nee, ne? Wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge. Ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Warum? Bin's okay? Fähigkeiten. Ähm, ja. Da wären wir. Gut. Ich mein, warum nicht? Kein Problem damit. Wir wollen uns ja auch töten. Weil es nur Notwehr. Aber wir machen das heute, glaube ich, nicht am Stück. Schon. Du wolltest, dass ich Magister Vaudon nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Ugos Traum? Ich weiß. Die Insel. Das Erwachen der Makula. Der Orden. Das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Also im ersten Teil hat er mir so ein bisschen besser gefallen. Da war er nicht so fixiert auf die Amicia. Da war der eher so ein guter Supporter. Da war er zurückhaltend. Es tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Und die Stimme von dem klingt, als wäre der ein paar Jahre älter geworden. Vielleicht haben sie ja wirklich die gleichen Sprecher genommen. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Sicher? Keine Toten, keine Probleme. Dieses Grinsen war so unnatürlich. Kann ich eigentlich ins Wasser fallen? Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyane soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja. Und bald landet ihr auch. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja. Das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Rappen. Alles klar. Öffnet das Tor. Ich seh ne Truhe. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Da bin ich jetzt mal. Was ist denn in den Käfigen drin? Das sieht aus. Auf zum Tor. Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch was war das? Da bewegt sich... Fuck. Ah, da. Okay. Oh, leck mich. Du Lappen. Fuck. 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 Auf zum Tor. Soldat, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter nochmal besuchen sollen. Wollen wir auf den hören? Oder wollen wir einfach die Wichser platt machen? Nicht gerade viel. Ich meine, ich hätte kein Problem damit. Egal. Was kann ich denn? Kann nichts machen. Der kommt jetzt her. Ich kann es aber auch nicht ablenken. Ich kann es auch nicht ablenken. Ich kann es auch nicht ablenken. Ja? Woher kommt dieses Geräusch? Hier drüben! Wir haben Besuch! Wir haben uns! So viel zum Thema. Nein, werde ich nicht. Lukas, du bist schwach. Das war vorfällig. Eindringlinge, ergreifft sie! Wir wurden entdeckt. Sie verstecken sich dahinter. Zu mir! Das ist mich doch nur... Das ist mir den Helm ist dumm. Wenn du in einer Situation bist, wo du einfach unbesiegbare Gegner hast, das ist... Das war schon immer dumm. Schwer, ja, aber unbesiegbar so. Ja, ich habe einen Helm, sonst gibt es nichts. Und ich meine, ich konnte mich noch nicht mal vorbeischleichen. Ihr habt es gesehen. Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich würde meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Was war jetzt mit L1? Geh jetzt erstmal da hin und hol mir mal die Truhe. Was war das? Oh, komm schon, als hättest du das gesehen. Da war wohl nix. Ja. Besser so, Lappen. Ich könnte ihn da weglucken. Oder ich könnte warten, bis der da weg ist. Und hier lang gehen. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie da hochkomme. Ich glaube, dass... Ich glaube, dass... ein Schlachtfeld... Tja... Tja... Es ist zu spät. Es ist zu spät. Sie sind nicht weitergehen, Amisien. Oh Gott! Es darf nicht sein. Es sind so viele. Alter, wie sollen wir da durch... Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist her. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja. Ja, versuchen wir's. Ja, versuchen wir's. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Alter, die Framerate, ne? Willst du mich verarschen? PS5, 20 FPS. Also, Hasobo oder... Hasobo, ihr habt doch einen Arsch auf. Feuerbecken, es ist beweglich. Ja. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudon? Wie soll das bitte enden? Hierbleiben ist der sichere Tod. Weiter geht's nicht. Josefs Boot. Wir kommen näher. Ob Ratten schwimmen können? Einfach so ein Floß ausbauen und vielleicht deine Ruhe. Das wär was. Ich glaub, Zombies können auch nicht schwimmen. Also, da denk ich mir auch so einfach. Ja. Ja. Ach, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Da denk ich mir auch einfach. Ja, bleibt doch. Einfach auf so einem... Bell... Äh, auf so einem Dingsbums. Vor allem, Zombiefilme spielen halt immer in der Stadt. Da denk ich mir so. Geh doch mal auf den fucking Berg. Die Ratten haben den restlichen Steg zerstört. Hoffentlich kommen wir da lang. Oder einfach mal so... Keine Ahnung. Transportiert die Leute auf eine fucking Insel. Oder so ein Lebensschiff. Irgendwie sowas. Gehen wir hier durch. Ich mein gut. Bei Resident Evil 8 wissen wir, es gibt auch Wassermonster. Also, okay. Aber bei Zombiefilmen, wo es nur um Zombies geht und nicht um irgendwelche Mutanten? Das klappt super. Leck mich doch. Ich hab so keinen Bock mehr. Siehste, Justin. Du kriegst auch noch genug. Hier oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen da rüber. Das ist ja genug Fettmaterial, Justin. Ich sterb doch auch so, ohne dass ich alle zwei Minuten sterben muss. Soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Ja, Kurbel bis zum Ende. Also, Amicia, weißt du Bescheid? Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Soll es dir bis zum... Ich lasse los. Festhalten. Soll es dir bis zum Ende einen kurbeln. Komm zu den Becken zurück. Komme. Ich sehe mal nach. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Natürlich bin ich... Der... Mein Zug, komm schon. Lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein. Ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Es funktioniert. Ja. Boah, jetzt so ein Spanferkel. Ja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte. Ich glaube... Sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja. Könnte klappen. Ich werfe sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Hier. Sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Los! Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Fertig. Perfekt. Also dann... Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Perfekt. Ja. Das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komma. Äh. Äh. Ich will zwar nichts sagen, aber... War das vielleicht falsch? Das funktioniert nicht. Hier. Stell noch einen her. Wenn du einen weiteren brauchst, sag Bescheid. Aber volle Konzentration. Äh. Ich könnte jetzt das Spiel so versauen, wenn du dir das als Hörspiel und die Dialoge zurechtschnippelst. told. Äh. Äh. Untertitelung des ZDF, 2020 Super! Immer. Wir fahren drauf. Du hast den Magister Vaudon und deiner Mutter hin- und hergerissen und ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Ja, ne? Ziemlich zuversichtlich, die Kleine. Mir nach. Aber das kriegen wir hin. Bewusstsein. Warte mal, ich will mal was gucken. Ich würde gerne mal gucken, ob man da irgendwie einstellen kann. Ich meine, ich... Ich hab das Dingsbums nicht umsonst genommen, das DLC. Soll ja, Miss ja irgendwie einen anderen Bogen und ein anderes Outfit kriegen, aber... Kriegt sie das vielleicht? Sieh mal, da hinten. Josefs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebenen wir uns damit den Weg zum Boot. Blumen? Ja. Teer, ich komme. Irgendeine Armbrust. Und irgendwie ein paar Materialien. Keine Ahnung. Naja. Na gut, mal sehen, was du bewirkst. Sie bewegt den Übergang. Wir brauchen das Ding hier. Hey, wer seid ihr? Wir... Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. So. Müssen wir nur gucken, wie wir dem Alten... Können wir mit dem Alten nicht klatschen? Kommt zurück, Kino. Äh... Das war nicht so klug. Okay. 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 Ähm... Fuck. Oh, diese ganze Waffen-Wählerei, ne? Verdammt, hätte ich nicht erwartet. Wartet kurz. Er wirkt... vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Hier ist euer Verdünner. Danke. Er scheint nichts von unserer Flucht zu wissen. Oder er hat es einfach noch nicht bemerkt. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben... Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Und... Gut, das war nicht übel. Hey! Was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, äh... Selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, denn sie rettet euch das Leben. Hm. Soldaten. Gut. Jetzt noch die anderen beiden Becken. Dann legen wir mal los. Amicia, geh auf den Übergang und kümmere dich um den Verdünner. Ich betätige die Kurbel. Alles klar. Ich sag dir Bescheid. Ja, Lukas. Komm, gib Stoff, Alter. Lukas, du bist dran. Geht klar. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Ihr wissen schon, dass ihr Ausgangssperre herrscht? Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Ah, verstehe. Hey! Du verpasst das Becken! Mach langsamer! Das war zu weit! Ein Stück zurück! Und jetzt müssen wir den Lukas wahrscheinlich gleich holen. Interessant. Aber was, wenn das fast leer wird? Ach so, ja. Musst ja festhalten. Lukas! Eine Aufgabe für dich, Lukas. Na gut. Gute Arbeit. Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft. Jetzt noch das letzte Becken füllen. Lass es! Sofort! Also ich muss sagen, ich hoffe... Oh, ich wechsle auch immer. Na komm. Ich hoffe, den müssen wir nicht killen. Ich finde ihn gar nicht mal... Ich finde ihn sympathisch. Und fertig! Für das Anamysia! Ah, der lässt ihn durch. Okay, das ist fair. Ich muss mich auf jeden Fall sagen. Oh, ich bin. Ich bin. Okay, das ist ein Ding. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Was? Ja, aber ich hab kein Zeug für Thea. Scheiße, ne? Ah, da unten, okay. Die Frage ist jetzt nur... Wohin? Oh, leck mich doch! Wenn man so mit Material spart, dass man... ...einfach manchmal... ...voll verkackt. Autsch. Oh, warum? Wohin? What? Komm zurück, Hino. What the fuck? Oh, muss ich den ganzen Scheiß neu machen. Hm. Sieh mal, da hinten. Josefs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebenen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Te... Hey, wer seid ihr? Hat ihr die Brücke runtergelassen? Ja, wir... Wir wollen nur rüber. Rüber? Wie denn? Ich stecke hier schon stundenlang mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Könnt ihr den Übergang herbewegen? Ja. Wartet kurz. Er wirkt... ...vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Komm, Lucas, mach hinne. Ah, okay. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer. Stimmt. Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fageln. Habt Geduld. Das war nicht übel. Hey! Was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist deine Aufgabe, Lucas. Geht klar. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Wir wissen schon, dass ein Aufwand sperrer herrscht. Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Ach, verstehe. Hey, lass gut sein. Na gut. So, wir wollen gucken, dass wir das Tiesler hinkriegen und ich hab echt keine Materialien verschwenden. Okay. Zünd'n wir das hier auch an! Wird gemacht! Na bitte! Ein Boot versperrt noch den Weg. Das musst du hochziehen! So, dann müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie die Lukas noch herkriegen. Gute Arbeit! Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient! Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft! Jetzt noch das Linden! Das reicht! Hör auf! Sofort! Eigentlich könnte der Lukas sich auf das Ding stellen. Und wir könnten ihn selbst herfahren. Ohne großartig Klimbim. Aber es wäre zu einfach. Und fertig! Zünd'n es an, Amicia! Lukas, du kannst jetzt kommen! Der Weg ist frei! Alles klar! Amicia, ich steck fest! Oh nein! Das Licht reicht nicht weit genug! Es muss einen Weg geben! Ja! Wirf den Teer einfach direkt ins Feuer! Das verstärkt für eine Weile die Flammen! Das nun... Ja! Das sollte reichen! In Ordnung! Dann mal los! Direkt ins Feuer? Nooooch! Kommt wieder verkackt oder was? Soviel zum Thema! Wirf den Teer einfach ins Feuer! Ob man sich... Ich find's schade, dass man sich hier wirklich softlocken kann! Oh, meine Augen! Oh, meine Augen! Los jetzt! Der Teer wird nicht ewig brennen! Hat perfekt geklappt! Danke! Das war ziemlich clever! Wir haben zwar keinen Schimmer von Alchemie, aber mit Teer kennen wir uns aus! Wir haben die Krüge bemerkt! Wozu sind die gut? Das ist... Vertrauen! Hm, na gut! Fast geschafft! Ja, geschafft! Klasse! Unfassbar! Ihr habt's geschafft! Hey! Könntest du dein Zeug benutzen? Ich steck fest! Ja, ich versuch's! Na, komm, wir helfen mal! Wenn wir das mal nicht bereuen! Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen! Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte! Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen! Ha! Das habt ihr gut gemacht! Geschafft! Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt! Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig! Sicher! Ich begleite euch nach Hause! Eigentlich müssen wir dort weiter! Das geht nicht! Ihr geht nach Hause! Ach, komm! Bitte, wir haben unseren Teil getan! Gesetz ist Gesetz! Lasst uns durch, sonst werdet ihr's bereuen! Drohst du gerade einen Soldaten der Provence? Und ob! Das ist zu wichtig! Moment! Moment! In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen! Ihr! Ihr seid geflohen! Du könntest ihn blenden, Amicia! Na los! Das Boot ist gleich dahin! Ja! What? Das war... Das war... Ja! Dumm! Das hat geklappt! Das hat geklappt! Ich bin so ein Lacker! Das ist ein unverschämtes Stück Scheiße! Ich glaube... Ich glaube... Ich vertraue niemandem mehr! Ja! Gut! Ich glaube, auf Schwer wäre ich tot gewesen! Ich hab gar nichts! Äh? Worum? Warum hab ich nichts? Sehen wir uns das Boot an! Es geht um die öffentliche Gesundheit! Du hättest schon längst verschwinden sollen, Joseph! Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund! Der Vertrag ist hiermit aufgelöst! Der Hafen wurde gesperrt! Du musst gehen! Ja, doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich! Also gut, weißt du was? Ich hab Besseres zu tun! Nein! Du hast zu viel gesehen! Du bist verhaftet! Ach, komm schon! Hör zu, Mann! Verpiss dich! Oh, komm schon mal! Verpiss dich! Hey, Joe! Joseph, warte! Bleibt, wo ihr seid! Magister, Vodan hat uns zu dir geschickt! Wir müssen die Stadt verlassen! Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr! Bitte! Wir sitzen fest! Und wir haben ein Kind bei uns! Alles klar, na schön! Trefft mich am nächsten Steg! Wer seid ihr? Wo ist der Hauptmann? Scheiße! Eindringliebe! Mach schon! Los! Ja, komm! Jawoll! Das war knapp! Ja! Jetzt aber schnell hier! Was war das? Joseph hat einen Krupp mit Herz zerbrochen. Und er hat mit dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, du. Was du tun musst. Wir brauchen das Boot und jeden Preis. Gut, dann los. Warte. Das war's, ihr Bastard. Das war's, ihr Bastard. Fuck! Ich versuche gerade so... Ja, es ist riesig. Ich rieche Teer. Das haben Sie also damit angestellt? Jemand scheint Angst im Dunkeln zu haben. Dieses Feuer. Da brennt kein Holz. Es sind Leichen. Dort enden sie also alle. Wir haben kein Teer mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säubern? Die meisten dieser Menschen waren nicht mal krank. Das Biet flöscht die Bewohner aus. Das ist ein Gemetzel. Ihr findet Einringlinge. Ja. Scheiße. Er ist tot. Ich finde deinen Mörder versprochen. Den Penner nehm ich noch mit. Diese kleine Fickgeburt. Nee, den treffe ich nicht. Wohin sind da keine Ratten. Ich will aber die Truhe haben. Was ist so? Nee, 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 nee. Fuck. Alter, der sieht nur die Leiche. Warum haben die denn alle Helme auf? Lukas, das Tupelfaktio wäre gut. Sie ist lauflos. Schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Hier! Lass sie mich aufschen. Fuck, 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 fuck. Fuck. Oh, nee, ey, lecko mio. Ich glaube, es wird auch langsam Zeit, hier Feierabend zu machen. Es ist doch, ey, warum sind es immer so viele? Das ist noch nicht vorbei. Ich bin schuld, dass ich da an der Ecke hängen bleibe, finde ich gut. Wir haben gesperrt. Klar, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Machen wir sie kalt! Eindringlinge, kommt mit! Lass mir rumlang, klar? Hier da! Hier sind Eindringlinge! Die verstecken sich da hinten. Machen wir sie kalt! Wir lassen! Wir haben Gewerkschaft! Warum sind es immer so viele? Mann! Das ist so scheiße. Oh, Mann. Und immer alles nur mit Hellen. Ich sehe mich lieber woanders rum. So, eine Drecksau weniger. Du kannst dich auch nicht mehr bewegen, ne? Im ersten Teil konntest du wenigstens noch ein, zwei Schritte gehen. Da gab es bestimmt ein paar Speedrunner, die gedacht haben, Ja, oh, weißt du was? Jetzt checken wir es ab. Und jetzt echt kein Schritt mehr. Es ist doch eine fucking Last. Ich bin so froh, dass ich wenigstens auf Normal spiele. Warum sind die da überall wie Kakerlaken, ey? Ja, leck mich doch, ey. Früher konnte man den Mini, im ersten Teil konnte man irgendwann den Helm abbrauen. Ich hab sie! Komm, mach das! Sie haben uns erwischt! Die sind irgendwo hier im Gras! Oh, warum kommen denn beide auf... Was ist denn das für ein Scheiß-Speicher-Punkt? Erleck mich doch. Oh, nee, ey. Das ist doch irgendwie... Irgendwie... Nee. Die sind irgendwo hier. Wir kommen gleich wieder. Wir kommen gleich wieder. Ach, warum kommen die denn von allen Ecken? Wow, ich durfte zwei Schritte gehen. Woher kommt's? Es ist dumm. Die Passage ist dumm. Das ist noch nicht vorbei. Egal wie du's spielst. Die Passage ist einfach so vollgepackt mit Gegnern. Das ist... Nee. Nee, nee. Warum sind immer meine Befürchtungen... Warum bewahrheiten die sich immer? Warum bewahrheiten die sich immer wieder? Hey, all diese Leichen. Niemand bewacht ihre Häuser, stimmt's? Aha. Ich weiß noch, worauf du hinaus willst. Versuchen wir's. Heute Nacht. Mit einem großen Sack. Scheint riskant aber. Reden wir später darüber. Scheiße. Er ist tot. Ja, blöd gelaufen, ne? Für ein verdammtes Pack. Im Ernst schon wieder? Dann mal sehen. Halt! Habt ihr nicken? Ich krieg euch, hört ihr? Irgendwie erwische ich euch. Ich hab natürlich jetzt nichts mehr, womit ich Feuer machen kann. Also dementsprechend hab ich keine Ahnung. Sie sind hier lang. Och, nee. Oh, nein. Sie dürfen nicht entkommen! Spürt sie aus! Ich hatte es. Ich hatte es so sehr. Es ist einfach eine perfekte Last. Was soll das, Hasbro? Darum arschoffen. Ich komm nicht mehr weiter. Gesoftlockt. Wie dumm ist das denn? Es ist einfach nur dämlich. Dämlich. Natürlich kommen die. Weil irgend so ein Dark Souls Fan meint. Ja, ist okay. Du kannst dich auch nicht wehren. Er bringt halt nix. Es bringt wirklich nix. Ich hab ihn gesoftlockt. Ich hab nichts mehr, um mich weiterzumachen. Geht nicht. Und diese scheiß verpickten Helmpumsköpfe. Ihr kommt nicht ungeschoren davon. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Ich finde euch. Ich bleib hier. Ob's mir gefällt oder nicht. Mein, es ist eine coole Sache. So ein auf Dark Souls zu machen. Ey, ich versteh's nicht. Ey, ich versteh's einfach nicht. Ja, was bringt mir dieser fucking Teer gar nichts. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Könnt ihr jetzt ein Spiel neu starten? Überall und immer nur die gleiche Scheiße. Und der andere hat mich schon gesehen. Das ist unglaublich. Kannst nicht einfach in die Ratten treten. Man kann's auch echt übertreiben. Mit dem ganzen Scheiß. Ich halte es halt echt für eine Last. Einfach überall Gegner klatschen, die du nicht bekämpfen kannst. Und dann, ey, schön. Finden wir toll. Sorry, aber nee. Bei aller Liebe. Da habt ihr euch selbst. Da habt ihr euch selbst angeschissen. Wirst ja auch von allen Ecken angeguckt, ne? Das bringt mir halt nichts. Das bringt mir halt echt nichts. Versteckt euch ruhig. Ich finde euch doch. Dank euch häng ich jetzt hier fest. Wer kommt hier? Denkt ihr, ihr seid jetzt sicher von mir? Ich bin doch immer noch da. What the fuck? Also mit den Gegnern haben sie hier echt nicht gespart. Viel zu viel, als hätte es sein gemusst. Sorry, bei aller. Erste... Ja. Ist einfach so. Eine Kriegsstrategie. Sobald wir Josef erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Wenn der Graf hier gewesen wäre, vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Wir hätten ihn treffen können. Und dann hätten wir ihm gesagt, dass wir Ratten am Tod bringen. Es gibt kein Entkommen. Das gab es nie. Es ist zu spät. Das ist das Epizentrum. Es wird sich weiter ausbreiten. Das ist schön. Schon wieder, wo du an jeder Ecke jeden Scheiß brauchst. Schön, dich wiederzusehen. Das nimmt so viel Speed aus dem Spiel. Es macht halt überhaupt keinen Spaß. Also... So eine 4Cry 6 Variation... So eine 4Cry 6 Situation. Jetzt bin ich wieder gesoftlockt, weil ich nicht weiß, wohin. Ja. Kriegt ja nix. Das ist so dumm, diese Passage. Diese Passage ist so dumm gemacht. Einfach viel zu viel auf einmal. Warum? Und viel zu wenig Materialien. Ein Filter... Du bist gesoftlockt. Weil du einfach nicht mehr weiterkommst. Was haben die sich dabei gedacht? Also unabhängig von der... Ach so, ja. Stimmt. Dann bleibe ich eben hier. Also unabhängig von der Story. Aber da haben sich echt selbst... Selbst einen Daumen nach unten geschissen. Verdient. Jetzt sind sie hier fest. Was? Der sieht mich auch sofort, ne? Nichts. Warte mal, kann ich ihn verbrennen? Nee, ich kann ihn nur blenden. Okay. Hey. Ihr wollt mich nicht durchlassen, oder? Es ist unglaublich. Es ist so unglaublich. Ich verstehe es nicht, was sie sich bei dieser Passage gedacht haben. Äh, sorry, aber nee. 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 Alles klar. Ich bleib schön hier. Na gut. Da war doch was. Dann bleibe ich eben hier. Alle zu mir! Hier sind Eindringlinge! Ja! Sie haben uns erwischt! Es ist doch unglaublich. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, ich check's einfach nicht. Nicht mit den... Mit den Sachen, die ich hab. Es ist jetzt so ein Ding, weil ich auf so einen Spacken gehört hab. Also, hier auf dem Justin, weil er war, nee, mach doch bitte schwer! Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass dieses Schwersein mich so von den Ressourcen eingeschränkt hat, dass ich nichts mehr hab, um irgendwie weiterzukommen? Ist es das, was du willst spiel? Hey, all diese Leichen. Niemand bewacht ihre Häuser, stimmt's? Aha. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Versuchen wir's. Heute Nacht. Mit einem großen Sack. Was ist das? Die sind garantiert hier entlang... Verdammt! Natürlich! Der hat uns gesehen! Hahaha! Haben uns alle gesehen! Ihr seid sicher? Freut euch nicht zu früh! Ihr Wetter schuppen! Ah! Ah! Das ist ein Däger! Sie sehen uns! Ah! 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 Klar, warum nicht? Mehr nach! Wir haben das geschafft! Ah! Gefunden! Lass dich entkommen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ach so, ich hab hier nur ein Feuer! Hahaha! Ach so! Arsch Obo! Hahaha! Natürlich! Softlock, ne? Arsch Obo Studios! Focus Entertainment! Deine Mutter! Fokussiert sich auf einen Blowjob! Während ich beim Scheißen bin! Voll Idioten! Macht's nach! Macht's nach! Zeigt mir, was macht ihr, Ficker! Ihr habt's programmiert! All diese Leichen! Niemand bewacht! Ihr wollt mich nicht durchlassen, oder? Das sind einfach viel zu viele Gegner hier! Schön durchschleichen, aber... Was ist hier los? Ihr seid bestimmt da drüben! Füll, bleib in Sicherheit! Wenn ich euch fände, seid ihr drin! Ihr scheint's wohl nicht weiterzugehen! Ich komm sowieso nicht weiter! Um den Typen da hinten zu besiegen... Ja, bringt nix! Bringt echt nix! Oh, nein! Oh, nein! Das werdet ihr bereuen! War das? Tut mir leid, Phil. Ah, ich hab sie! Warum? Oh, leck mich! So gleich echt nach Cheats. Ich hab sowas von keinen Bock mehr auf diese verfickte Passage. Warum? Es ist eine Ratte! Was zum Geier! Ey, deine Mulle fließt doch echt Rattenschwänze. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin einfach tot. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr weiter. Einfach wegdrehen. Ja! Wär ja schön! Ey! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Arschobo, ihr seid... Nee, nee. Mit dem Teil habt ihr euch echt nicht... echt nicht mit rumbekleckert. Ich verstehe halt einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Du wirst sofort entdeckt. Alles hinter dir her. Du kannst nichts gegen die machen, weil sie einfach denken... Ja, pfff! Wollen wir einfach alles mit Helm und so? Sodass du dich gar nicht wehren kannst? Wer braucht das schon? Wir geben dir so wenig Materialien, dass du nicht mal den... den gedachten Weg weitergehen kannst. Sorry, aber... nicht mal die... nicht mal die Krebspatienten von Dark Souls sind so hirnverblödet. Beim ersten Teil Erfolg gehabt, beim zweiten Teil einfach mal voll reingeschissen. Bullshit! Ey, ich verstehe es nicht. Kann bitte einer von den Idioten zugucken, mich anrufen und mir sagen, ey, so muss das funktionieren. Ich spiel's dir sogar mit deinem Materialien vor. Wenn nicht, darfst du mir keine Ahnung, einen Samenstrang zwicken? Ich meine, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Hier drüben ist nichts. Alles klar. Ich bleib schön hier. Sucht das Eis, Herr Klinge! Sagt Bescheid, wenn ihr was seht! Ich muss halt da durch, aber das sind halt auch diese Lappen, ne? Kommt doch hin! Schicksbieste! Bis ihr kriegt mich nicht! Wen haben wir denn dann? Kie! Verzieht! Verdammt! Also, das hätten sie... Nein, nein, nein! Da waren nicht mal eine Ratte! Was? Oh Mann, merkt euch bitte Kapitel 4 Pflicht der Bogenschützin, äh, Beschützerin. Also, das haben sie echt ein bisschen... Da haben sie es... Was heißt ein bisschen? Da haben sie es echt ein bisschen zu gut gemeint. Also, ich finde, die haben es da echt... Einfach viel zu gut gemeint mit diesem ganzen... Kombiniere alles und mach alles und... Hast du nicht gesehen? Wer hat mich da jetzt schon wieder entdeckt? Was ist das? Sucht alles ab! Wir haben Gesellschaft! Los geht's! Wir haben ungebete Gäste! Fangt an zu suchen! Lagegeister! Ach so, den kriegen wir natürlich jetzt nicht! Ha 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 ha! Ach ja, schön! Ne, Arschobo! Ja, ich hab nur einen! Wenn der falsch ist... Ein Fehler und das ist doch einfach dumm! Ich hasse so Spiele! Wirklich! Da kann die Story, die Steuerung, alles noch so gut sein! So eine Passage, so... Ein Stein! Fals beschossen! Schon muss der von vorne anfangen! Yay! Also dieser Gedankengang, der... Der ist doch einfach behindert! Also so richtig... So richtig retarded! Einfach so richtig... So überhaupt nicht nachgedacht! Nichts! Hauptsache der Spieler muss ständig und immer wieder die gleiche Scheiße machen! Seit wann ist das so? In jedem fucking Spiel! Gefühlt! All diese Leichen! Niemand bewacht ihre Häuser! Stimmt! Woher kommt das? Warum feiern die das so? Ist das so ein Ding? Eigentlich passt das bei dem Spiel nicht, aber... Wir wollen die Dark Souls Community abfeiern? Oder abgreifen? Woher kommt das? Na kurz, dann bleib ich eben hier! Ihr wollt mich nicht durchlassen, oder? Unverkackt! Jetzt komm ich nicht mehr weiter! Hahaha! Warum? Wieso? Ich versteh's nicht! Könnt ihr mir erklären? Ist das so eine Masche? So was halt frisch aufkommt gerade? So feiern das alle? So Einmalpassagen? Ein Fehler und von vorne? Verraschtet's mir! Oder... Übersehe ich einfach irgendwas? Niemand bewacht ihre Häuser, stimmt's? Versuchen wir's! Heute Nacht! Mit einem großen... Ich versteh's halt wirklich nicht. Übersehe ich was? Was? Muss ich links irgendwie ganz weit außen lang? Ist es da einfacher? Ich versteh's nicht. Verstecken wir's! Ja, das kannst du vergessen. Es sind einfach viel zu viele Gegner. Wenn sie dich erwischen, hast du nicht die Möglichkeit, dich zu wehren. Das ist dumm. Wenn ich die Sachen da oben nicht nehme? Krieg ich das Zeug... Äh, krieg... Hab ich nicht genug Zeug. Aber wenn ich da jetzt hochkletter... Dann sehen sie mich. Oh, du stehst auch dezent im Weg! Wenn ich da jetzt hochgehe, sehen mich die Leute... Dann sehen mich die anderen sowieso und ich kann nichts mehr machen. Ich versteh's halt wirklich nicht. Nee. Deine Mutter wollte dich auch nicht durch ihren Muschi lassen, deswegen bist du im Arsch ausgekommen. Das sind keine Leberflecke, das sind Kackreste. Hier scheint's wohl nicht weiter zu gehen. Und schon haben sie uns. Bleib doch einfach stehen! Bleib doch einfach stehen! Ich hab halt auch nur ein Feuer-Ding, ja. Und damit kann ich halt auch nichts machen. Und trotzdem sind noch genug Ratten hier. Durchs Gras geht's natürlich, ne? Wollt ihr mich... Er hat doch den Arsch offen, ey. Wo ist Josefs Boot? Der Steg muss hinter dem Tor liegen. Darum haben sie die Stadt ab, wenn er schon angelegt hat. Dann könnte er Probleme bekommen. Beeilen wir uns! Sobald wir Josef waren... Nee, also... Das war einfach... Einfach nein. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Jetzt aber schnell. Einfach dumm. Es bleibt einfach behindert. Vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Ich find's trotzdem dumm, es so knapp zu machen, dass man jede Ecke dreimal überlegen muss. Und zwar auf so eine lange Reihe. So eine lange... Also damit haben sie sich... Spiel schon gleich 50% Liebe weg. Nur wegen dieser Passage. Bei aller Liebe. Ich hab jetzt... Ich hab keinen Bock mehr. Aber es hat mich gewinnt. Ja, das Haus! Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein, nein. Lauf! Lauf weg! Ja, du auch. Nein, nein! Ich bin doch schon am Rennen. Ach nee, so eine Passage. Ach nee, so eine Passage. Oh Gott. Ich habe sie gewarnt, dass das passieren würde. Es ist sicher dieser verfluchte Wotan. What the fuck? Ja! Ich wette mich auf Hardware. Du fängst einmal an, irgendwo hängen zu bleiben. Und schon bis zum Direktboot. Ich komme zu dir. Ruf, wir mischen hier weg. Bleibt nicht hier, verdammt. Sie kommen! Komm schon! Schneller! Es steht noch los, schnell! Schneller! 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 Bei Tomb Raider erwartet man sowas. Aber hier... Ich bin hier! 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 Euer Sohn, tu kein Herz! Ah, die Beschützerin, na endlich! Beruhigt sich nicht, ich weiß nicht weiter. Lass mich! Ugo, Ugo, ich bin hier! Shhh, bitte beruhige dich, bitte! Ich weiß, warum du bist. Shhh! Ugo, bitte! Shhh! Aber da ja nur ein riesen Rattehaus kommt. Shhh! 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 Hey! Ich hatte einen Albtraum. Ich weiß. Was ist passiert? Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Die Szene musste jetzt nicht unbedingt sein. Aber die, das letzte Kapitel mit diesem Steg, das war einfach zu viel. Und vor allem einfach alles viel zu knapp bemessen. Ein falscher Stein und du musst wieder von vorne anfangen. Äh, ne, also... Sorry. Für spätere Runs okay, wenn man das schon 50 Millionen mal durch hat. Amicia. Aber, ne. Ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Die ganze Stadt ist verloren. Keine Ahnung, wo der hinten ist. Wir müssen gehen. Sowas. Alter! Diese Framerate-Einbrüche eben. Also mit dem Teil haben sie sich echt nicht mit Ruhm bekleckert. Schlechte Framerate. Bisschen übertrieben mit allem drum und dran. Und Hauptsache einfach größer, bigger, schwerer. Also, ne. Ich bin ja schon fast dazu geneigt, diesen Teil jetzt einfach abzubrechen, nie wieder anzupacken. Und einfach hoppen. Ey, ich will mir einfach nur... Ich will mir einfach nur noch irgendwas in den Kopf knallen, damit ich das... Damit ich die letzte Passage mindestens... Zumindest die letzte Passage halt, äh... Vergesse. Weil der erste Teil war so genial und so wunderbar und so schön und so toll. Und hier einfach... Ne. Spiel's selbst. Ich denke sehr viel Afglar, das hilft. Amicia. Was ist passiert? Die... Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Ugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein. Ich bin schuld. Nein. Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein. Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin. Ugo, ich... Bitte beruhige dich. Versehen sie. Du hast das Recht traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. G-G-Ganz sicher. Geht's euch gut? Ich dachte ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. Er ist aber bei den Typen geblieben. An Bord, schnell! Oh, bitte nicht. Das spielt in Frankreich. Es sind nur wir. Magister Wotin... Verstehe. Verlieren wir keine Zeit. Da ist auch alles möglich. Hm. Hm. Alter, dieser kalte Blick von Amicia. Gott. Schön, dass du noch damit zu ihm wundert mich. Ich dachte, das Spiel ist nicht so deins. Oder dachte ich zumindest. Also das mit dem... Unruhiges Fahrwasser. What the fuck. Es kommt schon so eine Seeschlange aus... Aus Ratten. Irgend so was riesengroßes, episches. Ob... Egal ob realistisch oder nicht. Ob es reinpasst oder nicht. Hauptsache groß, episch und... Meh. Und dasselbe passierte auch in Guillen? Die Ratten. Der Biss, der das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns. Das erste sah auch ziemlich gut aus. Nur, dass es da in meinen Augen halt perfekt war. Es war machbar. Es war knifflig. Warte. Hey. Was wird drin? Es war halt die richtige... Es war halt die richtige Mischung aus allem. Sind wir da? Nein, aber bald. Und nicht so eine Passage, wo einfach alles auf einmal gefordert wird. Wie hier jetzt, bei der letzten zum Beispiel. Das ist keine Framerate-Einbrüche. Gut, das war auf dem PC. Hey. Ich meine, die Massen... Die Ratten an Massen hast du auch, aber die haben sich so übertrieben. Oder zumindest nur... Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben. Du weißt das. Mutter will, dass du... Nein! Die Insel. Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Niemand hört zu. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Menschen sterben. Meinetwegen. Hey, hey, hey. Ich weiß. Ich will wirklich nur dein Bestes. Versprochen. Also ich meine, der Kampf auf dem Plateau vom Ersten in Gullien oder in Gallien war ja... war okay. Gerne. Er wird euch zeigen, wie man das umstellt. Weil es war halt wirklich am Ende eine Szene, aber hier jetzt bei jedem bisschen... Ich frag ihn, ob er uns Knoten beibringen kann. Und vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich bei vielen Spielen, wo der erste Teil einfach ein Mega-Hit war und der zweite Teil dann einfach nur noch so... Von allem einfach übertrieben. Wir müssen ihn beschätzen. Guck dir allein Horizon Forbidden West mal bitte an. Den Vergleich zu Zero Dawn. Das ist nicht dasselbe. Genau das gleiche wie For Cry 5 und For Cry 6. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Mehr Waffen, mehr Variationen. Und schon hast du einfach die Spiel-Balance einfach draußen. Bei Forbidden West geht's noch. Er ist ein Kind. Er ist ein Opfer von all dem hier. Aber bei For Cry 6 war einfach nur noch... Nee. Das sind keine Feinde, Amicia. Ich weiß, du liebst Ugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann. Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt. Hier ist jede Menge davon. Ich werde mal nachsehen. Ich weiß, was los ist. Na dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann leg mal los. Allein. Du kannst wieder rein, wenn du willst. Allein, dass Klettern in Forbidden West ist halt irgendwie ein bisschen weird. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Und auf einmal kannst du sechs Waffen tragen anstelle von... Es ist noch nicht vorbei. Hier oder so. Ja. Na los. Du hast für jede Situation verschiedene Mods für die Bögen. Mehr Schaden in Tarnung. Mehr Schaden auf Entfernung. Mehr Schaden im Nahkampf. Und so weiter und so fort. Da dachte ich mir so, ja, ist okay. Aber ganz so schlimm wie... Bei Forcry 6 war das jetzt nicht... Forcry 6 war einfach nur... Scheiße. Sorry aber. Nicht nur, dass es ausgelutscht war. Das ist nicht mehr das Problem. Du bist jede Menge Schuld. Sollen wir den wegräumen? Das wird zu lang dauern. Das wird zu lang dauern. Wir sollten das unterstehen. Versuchen wir das. Fertig? Ja. Dann schiebe ich das. Ja. Dann schiebe ich das. Ja. Ja. Wir müssen nachkommen. Was? Amicia, folgt uns. Wir warten flussabwärts auf euch. Komm. Wir suchen uns einen anderen Weg. Ich hoffe, Joseph kann das Boot anhalten. Also wenn ein Kapitän sein Boot nicht anhalten kann, dann... Ich verstehe halt auch nicht, warum es wirklich jeder drauf reinfällt. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel... Wie gut sagt das, wenn alles wird? Also ist es so. Wie? Die Frage ist, wo? Wir müssen sie... Ich habe das jetzt bei drei Nachfolgerspielen gehabt. Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist... meine Magistra. Weil sie sind halt immer irgendwie... Hier ist ein Weg. Hier durch. Und das Gleiche. Bei Tomb Raider war das auch der Fall. Hier ist der Fluss. Bei Tomb Raider von 2011 oder 2013 war es perfekt. Da sind sie. Bei Shadow... Ne, bei Rise of the Tomb Raider. Oh mein Gott. Es sieht von oben noch schlimmer aus. Das stinkt ja widerlich. Was ist das? Oh nein. Nein, nein, nein. Was zur Hölle? Da sind sie! Sie sind schon hier? Ich bin da nicht hier. Scheiße! Bleib weg! Scheiße! Sind in Sicherheit, glaube ich. Das war wirklich knapp. Alles in Ordnung? Ja! Keine Sorge! Geht's gut, Hugo? Sieh doch! Bein geht's gut! Ja! Aber die Ratten... Wir kommen schon zurecht! Sind unterwegs! Also... Wo fangen wir an? Auf der anderen Seite sind Feuerbecken! Kann ich? Wow. Ich kann zwei Schüsse herstellen. Ja, Schatten! Ja, Schatten! Ich kann keine Steine bewegen können dann! Und der da hat eine Kurbel! Wir sollten es versuchen! Also, ich versteh's halt nicht. Ich hatte das Problem bei Tomb Raider. Ja, Shadow of the Tomb Raider war auch einfach viel zu viel, was man alles machen kann. Der Sprung von 4 Cry 5 auf 4 Cry 6 war genauso. Und hier mit den Möglichkeiten, mit den ganzen Sachen, die halt ständig dauerhaft neu kombiniert werden müssen bei der letzten Passage am Hafen. War auch einfach viel zu viel. Es funktioniert! Das Heu bewegt sich! Ja! So kommen wir vielleicht rüber! Und es... Ich mein, vor Bitten West geht halt auch den Weg. Ich befürchte, der Dreierteil wird auch scheiße. Ja, es war so klar. Es wird nicht halten! Es muss ein Gegengewicht geben! Ich kümmere mich um den Kran und du dich um die... Lukas, du bist dran! Geht klar! Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können? Sie haben eine Stadt eingerissen! Und das wird wieder passieren, wenn wir Ugos Gefühle ignorieren! Oh, das Heu reicht nicht! Was? Hä? Muss ich... Ach, ne! Nicht so ne... Oh, so ne Kombinierungsscheiße da! Sorry, ich wills jetzt... Ich wills jetzt nicht schlechtreden, aber... Ich bin doch so ein bisschen nach der letzten Szene, ähm... Nach dem letzten Kapitel ein bisschen angeschlagen. Ja! Ich kann ihn leider gut verstehen! Bin da! So ist's gut! Alles klar! Hier komm ich! Dann mal weiter! Amicia! Amicia! Wir sind auf dem Weg, Ugo! Er hat immer noch Angst! Ich muss schnell zu ihm! Er hat deine Mutter! Sie ist verblendet, Lukas! Das weiß er! Na gut, dann sollten wir schnell zum Boot zurück! Wir benutzen nochmal den Kran! Ja! Ja! Dein Einsatz, Lukas! Na gut! Das mit dem Interagieren haben sie auch ein bisschen zu gut genommen! Du solltest mir sagen, was du davon hältst! Von was? Von der Insel! Ich kenn dich! Wie gesagt, entscheide dich für eine Seite! Fertig! Sag, wenn ich loslassen soll! Jetzt! Ich lauf los! Komm schon, schnell! Nein, nein, Lukas! Und was jetzt? Hier, fang! Schleuder's auf den Boden und lauf zur Treppe! Was ist das? Schnell! Das hält nicht lang! Weg da! Feuerwerk! Das mögen sie nicht! Puh! Was war das? Hyrit! Ein Mineral! Hab ich unterwegs aufgesammelt! Hat mir das Leben gerettet! Danke! Ich dachte, da kommen nur Funken! Aber das! Ich brauche mehr! Dann halte danach Ausschau! Alles klar! Jetzt bring ich dich rüber! Also wir raten, wir müssen den ganzen Scheiß jetzt dauerhaft spammen! Warum lässt du das? Haus,u? Nassers! Hallo! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Los, los, los! Geschafft! Gut gemacht. Und wie komme ich jetzt zu dir rüber? Ja, wie kommt er zu mir rüber? So, wird es klappen. Ja, wie werbe ich das Ding jetzt? Das wäre schön, wenn es funktionieren würde. Haben die überhaupt selbst mal so weit gespielt, bevor sie es programmiert haben? Ach, warum denn? Spieler fressen das schon. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja. Sind nur Ratten, stimmt's? Erkenn ich doch schon. Ja. Worauf warte ich dann? Na los, los, ja! Nicht denken, rennen! Nicht denken. Ah! Was? Ja, du bist ziemlich schnell. Was? Ah, danke. Es geht nichts über gute Motivation. Ich sitze fest. Das Ding hängt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünde ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. Gut. Jetzt! Ich will es so schneiden. Das ist zweitartiges Hörbuchwort. Was? Natürlich habe ich nichts gefunden. Versuch es. Kann doch nicht sein. Irgendwas verweckt. Also irgendwie. Durch dieses Ganze. Du musst alles wirklich ganz genau machen. Ich verstehe es nicht. Hast du noch nicht mal das Material, um zum Beispiel eine Truhe zu kriegen oder so? Jetzt muss ich mir aber genau überlegen, wohin ich will. Ja, natürlich. Ja, fünf Stücke, was? Ach so. Materialien, aber kein Werkzeug. Ist immer gut. Gut, wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Äh. Äh. Ach so. Da war ja was. Ich mein. Ich bin so schneidend, dass ein zweit und ich sehr gut. Ja, kann es ja theoretisch mit allem machen, aber irgendwie. Der letzte Abschnitt hat mir so ein bisschen die Freude geraubt. Ich hatte Angst. Hey, du kennst mich doch. Ich komm immer zurück. Hab ich ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Stimmt, der Lukas, der das machen muss. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Klar doch. Die Kuh... Sie steuert eine Fähre. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Auf unserer Seite. Ich bin fest. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Äh. What? What? In den Planken hier ist ein Loch. Oh, hier ist es zu steil. Er rollt weg. Schaffst du das, Lukas? Natürlich. Ich geh rein. Vorsichtig. Oh, Gott. Hm. Alles gut. Da sind überall tote Leute. Raus da. Nein. Ist schon gut. Keine Sorge. Hm. Lecker. Tut mir leid. Oh. Nein. Bitte nicht. Nur tut mir leid. Ich muss. Bitte. Verzeih. Es muss. Leider sein. Und jetzt. Ab ins Wasser. Hm. So. Versuch's jetzt mal. Du hast es geschafft. Ich bring die Fähre zu dir. Ja. Bitte. Kann zur Seite. Ich bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Die muss doch so stinken. Ich könnte jetzt was sagen, Leute. Das wird der. Das wird, glaube ich, echt übel, ey. Der Spruch, den mir jetzt auf dem Bein. Der mir jetzt auf der Zunge liegt. Ich glaube, den werdet ihr mir nie verzeihen. Du machst doch so viel ekelhaftes. Du musst doch so viel ekelhaftes Dreckswasser in der Muschi haben, ey. Boah. Ich meine, das muss ja doch alles ins Loch laufen. Wie komme ich da jetzt raus? Und da sollen irgendwann Babys rauskommen aus diesem... Boah. Aber die Wassereffekte sind cool. So, dass das... Da, wo die Amicia ist, dass das Zeug da so ein bisschen rein... Ne? Sich so hin... Eigene... Schon ein cooles Detail. Ich kann ja auf kein Wasser eindringen, wem im Arsch. Wer weiß. Es geht um die Gammelbrühe. Aber diesmal wird es anders. Seine Insel, Mutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. Ich raten die Mutter mit der Endboss. So. Die Kette muss weg. Auf welche Weise auch immer. Siehst du was? Ich suche schon. Vielleicht ist ja ein Plack drin. Hier muss doch etwas sein. Boah. Ich will eigentlich gar nicht... Darüber will ich eigentlich gar nicht sprechen. Weil... Wie alt ist die Amicia? 15? Zum Glück ist die... Zum Glück ist die Hino heute nicht da. Äh... Hino nicht. Meine... Juna. Die Amicia ist 17? Ich dachte, die ist 15. Da ist irgendwas. Aber was mache ich damit? Ah. Da lage ich ja mit meinen 15 gar nicht so... 2 Jahre gealtert? Echt? 2 Jahre? Das ist schön, dass da was ist. Es bringt mir nur nichts, wenn ich da nicht drankomme. What the fuck? Stehe ich auf dem Schlauch? Im ersten Teil war sie 14. Okay. Echt? 2 Jahre? Ich meine, das wäre nur ein paar Monate gewesen, dachte ich. Oh, dieses ständige Wechseln. Im dritten ist sie dann, Mama. Geht's dir gut? Was zur Hölle? Sag schon! Mir geht's gut! Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst du da hin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Ugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht, aber hör ihm bitte zu. Beruhige dich. Konzentrier dich. Schön, dass wir so viele Messer finden, aber überall mit einem Messer was öffnen können. Allerdings war da noch was. Eine Kur oder so. Das bedeutet, da muss ich auch irgendwie hinkommen. Ich will ja jetzt... Stimmt, das muss man ja auch noch heutzutage... Nein. Muss man ja auch heutzutage noch so berücksichtigen. Ja, bestimmt. Oh, Amicia ist aber so jung und so schlank. Demnächst dann einfach so ein fetter Typ. So transgender, der einfach... So beides ist. Einfach beides. Hat einfach beides. Dick-Girl. So mit 19 einfach mal so drei Geschlechtsumwandlungen gehabt. So ein Mrs. Garrison. Warte, hab ich da irgendwas mit... Was ist denn das? Ah, Pyrite. Hatte ich nicht mehr irgendwo gelesen, dass es eine Autorin gab, die meint, man soll ihre... Man soll Kinder, also Babys vorher fragen. Wie komm ich da rüber? Ganz ruhig. Boah, man sie wickelt oder so. Du bist aufgewühlt. Und du weißt warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Ich werde dir... Hallo, kleiner... Fünfjähriger. Nee, Fünfjähriger nicht. Hallo, kleiner, fünf Monate altes Baby. Ich werde dir jetzt die Windeln wechseln. Bist du damit einverstanden? Bitte mach dich damit... Irgendwie bemerkbar. Wenn du nichts sagst, lasse ich dich den ganzen Tag mit deiner Kacke bohren. Ja, so denke ich mir, so läuft es dann bei dieser Autorin. Nee, bitte frag dich ihn ja vorher, bevor du ihn in die Windel wechselst. Das könnte zu intim sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Den Fünften ist hier dann einfach ein Baum mit einem... Gut, das ist geschafft. So ein wandelnder Baum. Mit beidem Astloch und einem Ast. Und so richtig langen, großen Brüsten mit einem fetten Wikinger-Bart. Ollo, kannst du mittendrin das Geschlecht ändern. Einfach so. Jetzt müsste ich zurückkommen. So, und nun? Hm? Was machen wir nur? Ja, ich bin hier drauf. Und nun? Was muss ich denn jetzt machen? Wie? Nur ein weiteres Hindernis? Willst du mich verarschen? Alter, von da kam ich. Das Ding bringt mich rüber. Was? Springen? Wohin denn springen? Ich kann hier nicht springen. Ich kann hier auch nicht runter oder weg. Oh, bist du! Noch ein Karren. Aber ich hab... Kein? Warte, 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 warte. Hä? Oh, okay. Ja, ist doch gut. Ja, was heißt gut? Nee, ist doch egal, aber... Achso, da kann ich ja jetzt durch. Boah, ich krieg Hunger. Joah, kann man mal hängenbleiben. Passt schon. Halb Werbung, halb... Reicht das? Achso, oah. Halb Werbung, halb Stream, Bullshit. Da wartet ihr, das wurde von Amazon übernommen. Klar wollen die hier Werbung reinballern. Die Steuerung ist leicht weird. Mit dem rechten Stick kann ich nur nach vorne und zurück drehen. Äh, mit dem linken Stick, mit dem rechten Stick... Also es ist keine Autosteuerung, wie man es erwartet. Hilfe! Was zur Hölle? Oh nein, Arnos Männer! Lasst ihn in Ruhe! Ziel einfach und schießt! Mit dem Griff kannst du nachladen! Alles klar! Loslassen! Lass mich los! Rührt ihn nicht einfach! Wie gefällt euch das? Los! Alles in Ordnung? Ich... Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Zu viele Ratten! Ich komm nicht zu euch hin! Amicia! Mach ihm den Weg frei! Wie? Repariere deinen Bolzen mit Ignifer! Feuer auf irgendwas aus Holz! Dann brennen die Bolzen länger! Mach ich! Lukas! Ich sag Bescheid, wenn der Weg frei ist! Verstanden! Danke! Das sollte reichen! Der Weg ist schon fast frei! So, du kannst kommen! Ja! Brillant! Bin unterwegs! Hä 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 hä! Hintenterschießen! Tja, da wurden deine Eier wahrscheinlich so klein! Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich! Wir müssen weg! Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder! Du bist offenbar aus See geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht! Dann los! Jetzt! Ja! Ha ha ha! Netter Versuch! Das ist schlecht! Was ist los? Schnell! Kürz auf her! Komm, singeln sie! Was hast du mit denen gewartet? Habt mich nur verteidigt! Ah! Haltet das Tod auf! Anisja! Anisja! Komm zu uns rein! Bleib! Ich muss Josefs Deckung geben! Ach! Ich komm schon zurecht! Meine Entscheidung, Mutter! Bleib drin! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich stürzt schon! Ihr habt da nur gehört! Haltet das nicht auf! Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten! Nicht nach all dem! Wer kommt jetzt? Wir müssen sie aufhalten! Ja, natürlich! Man kann's... Joa! Bitte noch langsamere Ladegeschwindigkeit! Das ist... Ich hasse das! Wenn nicht jeder Schuss sitzt, dann irgendwann... Ich versteh's halt nicht... Ich versteh's halt nicht... Sag mal, bin ich... Miege! Mach eine Entscheidung, Mutter! Bleib drin! Stürzt schon! Bin dabei! Ihr habt da nur gehört! Haltet das nicht raus! Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten! Wer kommt jetzt? Wir müssen uns hier aufhalten! Oh nein! Sie sollen fahren den Weg! Halt hier! Halt! Hast ihr nicht den Kaden? Die wollen uns helfen! Ich halte sie auf! Hier geht's nirgendwo hin! Da kommt mehr! Brenner! Jetzt brennt schon! Es dauert zu lang! Ja! Alicia! Komm her! Jetzt! Ja, kommt! Ihr kriegt, was ihr verdient! Sag bitte! Mir gefällt euch das! Da rechts! Der Wald fährt alles auf, was er hat! Du hast den Scheißbrück angezettelt! Das wollte ich nicht! Aber mach dieses Schwein an nur kalt! Alter! Och nee! Schon wieder so ne Scheiße! Wenn sie wenigstens mit dem einen Abschnitt gesagt hätten, okay, da ist unser Hass drin und Feuer frei, aber... Hier! Wir sind hier! Ja, kommt! Ihr kriegt, was ihr verdient! Doch, bitte! Mir gefällt euch das! Gott! Das ist Wahnsinn! Da rechts! Der Wald fährt alles auf, was er hat! Du hast den Scheißbrück angezettelt! Das wollte ich nicht! Aber ich mach dieses Schwein an nur kalt! Ach! Wir kriegen sie an der Brücke! Sag den Männern, dass sie kommen! Genau! Sag ihnen, dass sie so gut wie tot sind! Der hat immer so diese Wutanfälle! Ich hab so das Gefühl... 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 Du kannst dir alles erlauben, hä? Ja! Ich hab zwei Schuss! Ha 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 ha! Wie dumm ist das denn? Mit der Schleuder hast du unendlich! Easy! Worm ist es jetzt? Hallo, ich würde gerne... Was? Ach so... Oh, nee. Das Kampfsystem schü- Sorry, Asobo, aber nee. Action-Kampfsystem könnt ihr einfach nicht. Das könnt ihr einfach nicht. Lasst es, lasst es. Die Zeitlupe hier ist auch super. Mal gucken, ob sich du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hör? Huch! Vorwärts! Sie ist allein! Wo ist euer Anführer? Wo ist diese Anmung? Komm und kämpft! Oh, leck mich doch, ey. Also, Action-Kampf... Da merkst du einfach direkt, dass es Noobs sind. Lass meine Familie in Ruhe! Sie ist umzüngelt! Auf sie! Sie kommen in Deckung schnell! Du bist da! Ich bring euch alle um! Anke! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hör? Wo ist euer Anführer? Wo ist diese Anmung? Komm und kämpft! Ey, wollt ihr mich verarschen? Nee, nee, nee. Oh, leck mir doch die... Das mit den... Bolzen ist dumm! Schon wieder so eine Szene, wo sie einfach... Nee. Nein. Nein. Einfach nein. Einfach nein. Sie kommen in Deckung schnell! Auch selbst, wenn du jetzt alles triffst. Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hör? Und tschüss. Das ist dumm! Du vergeigst ein Schuss! Und schon bist du im Arsch! Warum? Was haben die damit? Schon wieder! Schon wieder! Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Schön, dass es One-Shot-Sinn sind, aber... Äh, hallo? Oh, da kommt schon wieder einer. Nicht nachlassen! Muss ihn erledigen! Ist doch... Ist doch dumm! Ist doch behindert! So kernbehindert gemacht! So als hätte man... Als hätte man denjenigen, der die Szenen so einkonfiguriert hat, ins Ohr gefickt... und sein Gehirn einfach mit seinem schwangligen Penis durchlöchert... Als könnte sie nur zwei... So kannst du dir alles erlauben, hör? Und schon... Und schon tot! Und schon tot! Nicht, weil der mich jetzt getroffen hat, sondern... Du hast zum Beispiel Schüsse versaut? Ja, doof gelaufen. Gesoftlockt. Also, sorry, aber... Nee. Du hast halt keine Zeit, da so zu zielen. Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hör? Horror! Das ist allein! Wo ist euer Anführer? Wo ist diese Annot? Komm und kämpf! Äh, hab ich nicht eben was eingesammelt? Ich hatte eigentlich... Eigentlich Bolzen aufgesammelt. Ich konnte... Ich konnte Dreieck drücken. Aber einfach mal... Nö. Also, ich weiß... Wenn's Bugs sind, dann... Boah. Wenn's wirklich Bugs sind... Dann lass das. Versuch dich mit EA mitzuhalten. Ich bring euch alle um! Lass mich raten. Lass mich raten. Ich muss jetzt wirklich haargenau abschätzen, mit welchem Waffentyp ich welchen Gegner kille. Und das ist einfach nur dumm. Du kriegst die Armbots, kannst du nicht mal richtig... Kannst du nicht mal richtig nutzen. Diese ständige Waffen wechseln. Sie ist allein! Wo ist euer Anführer? Wo ist diese Annot? Komm und... Komm! Los! Ihr werdet doch mit nem Mädchen fertig! Ja, kommt! Ihr könnt was erleben! Für wen hältst du dich? Ich schnitz dich auf! Ich stopp' dir dein Maul mit deinen Eingeweiden! Störf! Ich töte sie alle, Annot! Ich bringe es zu Ende! Nicht nachlassen! Muss ihn erledigen! Diese ständige Waffen wechseln geht auch in den Sack. Aller Liebe, ey. So! Ja, das Boot! Ich muss die Seile kappen! Also das war ein Designfehler. Das war einfach nur ein Fehler vom Design. Dass man das jetzt irgendwie so macht, dass man jetzt wirklich für jeden Gegner die passende Muni nimmt. Ich hab so das Gefühl, dass genau das kommen wird. Genau das, was mir den Spaß an 4Cry 6 versaut hat. Der kommt doch jetzt gleich. Nicht so schnell! Na, was willst du jetzt tun? Nein! Ich bin hier! Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst! Es ist auch nichts los! Lauf! Du wolltest doch, dass ich komme! Das Boot! Häng ihn erst ab! Dann zu den Seilen! Kau dich an! So unvorbereitet! Du bist... Ja! Mittendrin einfach mal 90 Grad Winkel wechseln. Aber in der gleichen... Boah, diese Kameraperspektive ist einfach ein Kanzer, ey. Hör auf mit deinem scheiß Zählu-Penner! Ich bin hier! Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst! Ach! Es ist auch nichts los! Lauf das Boot! Du wolltest doch, dass ich komme! Häng ihn erst ab! Dann zu den Seilen! Schau dich an! So unvorbereitet! Du bist gut im Töten! Das muss ich dir lassen! Aber was jetzt? Nein! 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 Nicht... ...anhalten! Wer tötet, muss bereit sein, getötet zu werden! Nur fair, oder? Ich muss ja auch einfach in Ruhe lassen! Keine Panik! Hör auf zu zittern! Lass dich nicht erwischen! Oh, ich muss zurück! Ich kann es schaffen! Das Boot! Ja! Na, netter Ausblick! Nein! Nein! Fahr zur Hölle! Was ist los? Ich dachte, du wolltest sterben! Genau! Versteck dich! Das passt zu dir! Ich kriege dich sowieso! In Sicherheit! Erstmal... ...atme... ...atme... ...wo? Sehst du, dass sie sie finden? Wo willst du hin? Ich schnapp mir ihre Familie, damit lock ich sie raus! Nein! Dreckskerl! Lassen wir's kurz mit! Ach! Ich tu dir nicht weh! Ehrlich! Ich muss vor ihm beim Boot sein! Schneller, verdammt! Halt ihn auf! Und dann nimm was jetzt! Also wenn ich jetzt keinen Bolzen mehr finde, habe ich ein Problem! Ja, ganz genau! Und das hasse ich! Dass sie das eingebracht haben! Wenn jetzt einer mit dem Helm kommt, kann ich nichts mehr gegen ihn ausrichten! Und das ist nicht okay! Ich kann sie halt auch nicht... Wie zu viel Gerenne! Keinen Schritt weiter! Oh! Genug gespielt für heute! Ich zeig dir ein Spiel! Anisia, nein! Halt, sonst seid ihr auch dran! Wir müssen ihr helfen! Letzte Lektion! Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein! Na sieh mal an! Verstärkung! Jetzt fängt's durch das Tageslicht! What the fuck! Warte, ganz ruhig! Sie sind weg! Du wirst doch nicht sterben! Nein! Komm zurück! Wir haben nicht viel Zeit! Was hast du vor? Amisia! Ami! Amisia! Was tust du? Was... Was tust du da? Wie wäre es, wenn wir in den See stehen? Ich bin so fucking müde! Vielleicht weil der Stream eben unterbrochen war, Justin, keine Ahnung! Lukas hat den Korb gekriegt! Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert! Mama und Lukas! Oh, sie schaffen das schon! Heißt der nicht Lukas? Niemand ist klüger als die beiden! Es blutet wieder! Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert! Da drüben gibt es Wasser! Ja! Alter, du bist in Leichensuppe geschwommen! Ich hätte eher... Schiss... ...dass ich meinen Intimbereich infiziert... ...und ich so eine kleine Kopfwunde... Ist das deine Insel? Ja! Die sehen aus wie Zähne! Eine Zwei-Zahn-Insel! Ich glaube... Ich hab sie schon mal gesehen! Auf einem Gemälde! In Vaudan's Labor! Sie ist also echt? Ich mach das! Seid bitte vorsichtig! Ja! Fertig! So schnell? Dankeschön! Du bist gut darin! Und ohne dir weh zu tun! Hast du gut gemacht! Also, mein Herr! Wir müssen eure Insel finden! Ja! Na! Jetzt sind die beiden wieder zusammen! Ich hab nur keine Ahnung, wo wir langen müssen! Ja gut, wenn wir eine Insel finden, vielleicht nicht einen Wald! Wie kommen wir auf eine Insel? Mit dem Boot! Wenn wir wissen, wo es ist! Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein! Keine Sorge! Hm! Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein! Sie sind nicht in Gefahr! Aber sie haben keine Waffen! Sie fliehen oder tauchen unter im Kro! Hm! Oh! Sieh nur die Blumen! Ja! Na komm! Du magst Blumen! Na, Emman bleibt die... Aber was, wenn ihr Boot sinkt? FPS einigermaßen stabil! Wissen Sie, wie man schwimmt? Ihm passiert nichts! Versprochen? Ja! Warte! Siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du! Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist! Bin ich nicht! Selber! Dann beweis es! Drei! Zwei! Ein! Hey! Du, du bist selber ein Angsthase! Ah! Hoffentlich blutet es nicht wieder! Ich gewinne! Oh! Halb so weit! Ja, selbst schuld! Oh! 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 Hast du dir wehgetan? Nein! Oh! Sieh mal! Was ist das? Das ist eine schöne Feder! Sie ist so weich! Und blau! Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh! Ja! Wir suchen nach weiteren Nestern! Da finden wir bestimmt mehr Federn! Ja! Ich hab doch nur Schleuder! Ja! Mach ich aus dir einen... Einen Vogel! Einen Rittervogel! Ah, apropos! Ich hab bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden! Willst du sie? Hm! Ich glaub, ich mag lieber Federn! Oh! Na gut! Ich fand das schade! Das war ein tolles Rennen! Ja, war's! Du hast noch Schmerzen! Nein! Was am meisten schmerzt ist, dass ich ein Angsthase bin! Aber ein lieber Angsthase! Das ist aber nett! Nächstes Mal lass ich dich gewinnen! Oh nein! Nächstes Mal bist du dran! Das sind irgendwelche vollbekifften Ruinen im Wald! Die tanzen einfach nass, nackt um den Distelzweig! Kann ich etwas für euch tun? Hallo! Ja, wir haben uns wohl verlaufen! Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist! Wir sind auf Pilgerfahrt! Also beten wir für eine erfolgreiche Reise! Oh! Ihr seid auf dem Weg nach Rom! Ganz genau! Und ihr? Wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel! Wir wissen nicht viel darüber! Unser Anführer Pireux kennt die Umgebung gut! Er hilft euch sicher! Du findest ihn in der Nähe der Ruinen! Er liest die Messe! Ruht ein wenig im Schatten! Na dann! Wie sieht mitgenommen aus? Äh, ja! Danke! Danke! Ja, auch so ein bisschen! Gern geschehen! Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist! Ein besonderes Jahr! Lass uns diesen Pireux suchen! Achtung, Kinder! Nicht so schnell! Aber Anlauf... Ja, Sie sind unerschütterlich! Ja, Ihr Glaube ist stark! Mhm. Werden wir den Papst in Rom sehen? Ach, vielleicht, wenn wir Glück haben. Dort werden abertausende Menschen sein. Ja, ne? Hallo! Oh, hallo! Hallo! Aber wenigstens mal ein paar Menschen, die uns nicht gleich tot sehen wollen. Da ist unsere Messe. Ist das da hinten Peröl? Psst! Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh! Verzeihung! Wir warten hier. Vielen Dank! Mein Herr! Ich suche deine Nähe! Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen! Amen! Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke! Amen! Nach diesem ganzen Baden, stell mal vor, die... Nach diesem ganzen Leichen baden und was weiß ich und hin und her laufen, Alter, wenn die ihre Füße auszieht, da sterben die alle. Hallo! Oh! Hallo! Und willkommen! Ihr seid neu hier? Ja! Und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein! Wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Victor von Aal durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast. Du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Ja, hat jetzt einfach ein Maschinengewehr. Hier ist eine Uzi. Oh, ihr Leute, Blatt hier. Folgt mir und bleibt unauffällig. Haben wir zufälligerweise auch noch Raketenwerfer? Ja, oder meiner Schlafkotte. Wir suchen nach jemandem. Kooperiert! Und niemand wird verletzt! Bitte! Tut uns nicht weh! Wir haben nichts getan! Wir sind frommel Christen! Irgendwelche neuen Fäger! Eindringlinge! Doch! Hier kommen jeden Tag neue Leute an! Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Er läuft aber komisch. Wie so ein kleiner Donald Duck. Ja, das mit der Werbung ist irgendwie ein bisschen so langsam. Nein, Ärger! Versteht euch unter dem Kahn. Ich kümmere mich um sie. Komm! Amicia! Ich weiß! Sch! Entschuldigung! Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört! Aufpassen und Augen offen halten! Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey! Ihr da! Äh, ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig. Komm, wir müssen hier weg. Ich hoffe, die Soldaten tun ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Endlich mal ein Spiel, das Chris nicht dauerhaft in den Dreck zieht, weil es cool ist. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Sucht sie! Oh nein! Schnell! Halt! Wir sind hier! Lauf, Vigo, geradeaus! Zu mir! Da! Richtig! Hier! Rühr! Mich! Nicht! Alle! Yo! Oh nein! Ich bin doch! Aua! Wir sind hier! Ich brauche Versterbung! Amicia! Mein Kopf! Wir müssen weg! Ja, 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 mir ist schwindelig. Deine Hand! Du blutest wieder! Gott! Hinterher! Amicia! Tötet sie sofort! Wir müssen weg! Ja! Gib dem Kind doch mal ne Erholung! Weiter! Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein. Es ist so dunkel. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Gehen wir rein. Wir dürfen nicht im Freien bleiben. Viel besser. Ist ja auch echt wenig Aufwärtsmaterial, ne? Also die sind echt am Knausern mit allem gefühlt. So, dass du jeden Schuss schon echt zweimal überlegen musst, aber die geben dir nicht die Zeit, also... Ja, ich hab mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Warte, Amicia. Da ist jemand. Ich höre nichts. Woher weißt du das? Ich... Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja. Keine Sorge. Gut. Sei vorsichtig. Was? Halte was gedrückt? Was? Math? Ich... Ich weiß nicht, was das für ein Knopf ist. Was ist der Share-Button? Ja, ich sehe sie. Sie sind hier. Runter. Soldaten. Moment. Wie... Die Ratten. Sie sprechen das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Und wo sind sie? Na, sie kommen. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Schon gut. Gehen wir vorsichtig. Machen wir sie kalt! Wow! Ein Fehler und du bist sofort tot. Selbst beim Normalen. Das ist dumm. Kein Bock. Ich mach vorhin Feierabend drauf. Geschissen. Ja, ja. Ungespreise. Fick dich ins Klee. Dieses Ein-Fehler-Instant-Tode ist scheiße. Das ist einfach dumm. Damit haben wir das Spiel versaut. Auf Hardcore oder schwer von mir aus. Aber hier ist einfach... Mäh. Mäh. Naja. Vielleicht haben wir es mir ja morgen durch. Dann... Hab ich es endlich hinter mir. Sorry, aber... Ich hab mich so oft gefreut auf das Spiel. Aber ich muss sagen... Gucken, ob ich das hier bewerten kann. Und ob man das irgendwie kommentieren kann oder so. Werde ich sehen. Hier. Macht's gut, YouTube. Den Stream leite ich einfach als Ganzes hoch. Schwer. Ja.